Blutrausch Herzlich Willkommen oder Willkommen zurück bei Blutrausch, einem Podcast zweier Freunde von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Daniel, wie geht's dir? Also ich bin etwas erkältet und extrem aufgeregt. Ja, deine Aufregung hat heute einen guten Grund, denn wir machen heute etwas, was wir so in der Form noch nie gemacht haben. In den bisherigen 31 Folgen habe ich ja immer die Fälle präsentiert, aber jetzt hat Daniel den Wunsch geäußert, mich mal zu überraschen und selber einen Fall zu präsentieren. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen schon seit Wochen, was er sich da ausgedacht hat. Weil du hast nämlich gesagt, du hast einen Fall ausgesucht, von dem ich safe schon gehört habe, aber über den ich mit Sicherheit nicht so viele Hintergründe kenne. Und das ist ganz schön großspurig von dir, mein Freund. Also ich kann ja nicht mit irgendeinem Fall um die Ecke kommen bei dir. Die Sache ist ja die, dass ich, also zum einen muss ich sagen, ich habe schon extrem lange Bock darüber hier zu sprechen. Und ich muss natürlich, ich kann mir nicht so irgendwie die Fälle aus dem Ärmel ziehen wie du vielleicht. Ich kenne mich null aus. Und insofern war es mir auch wichtig, da einen gewissen Überraschungseffekt hinzulegen. Ich wollte quasi meine Jungfernfahrt hier nicht einfach irgendwie rüberbringen, sondern mir war es halt wichtig, dann, ja wie soll ich mal sagen, dich so ein bisschen aus den Reserven zu locken, weißt du? So ein bisschen Überraschung. Ich hoffe, dass mir das glücken wird. Ich habe auch so eine gewisse Dramaturgie des Ganzen hergeleitet, in der Hoffnung, dass ich den gewünschten Effekt erzielen werde. Aber wie gesagt, ich bin total aufgeregt, Leute. Und ich sage euch schon mal eins, ich habe ja im Prinzip ja gar nicht so einen eigenen Präsentationsstil, also den muss ich erstmal finden. Deswegen verzeiht es mir, wenn es hier und da ein bisschen holprig sein wird. Wir sind, wir können die quasi die Zeit zurückspulen und ich fühle jetzt auf jeden Fall mit dir, Fabian, irgendwie, keine Ahnung, Ende April 2021, kurz bevor wir die erste Folge aufgenommen haben. Ich glaube, da ging es dir genauso, wie es mir jetzt gehen wird. Ich muss so ein bisschen meinen eigenen Stil jetzt finden. Ich kann natürlich und möchte auch nicht in deine Fußstapfen treten. Aber ja, ich denke mal, ihr drückt da alle mal ein Auge zu und dann wird das auch klar gehen. Ja, da werden alle ein Auge zu drücken und ich bin mir absolut sicher, dass du das hervorragend machen wirst. Du hast natürlich so ein bisschen den Luxus, dass du einfach weißt, was auf uns zukommt. Ich fand das damals, als wir angefangen haben, habe ich ja schon mal gesagt, für mich unheimlich schwierig, dass man gar nicht einschätzen konnte, wie so die Resonanz sein wird, was auf uns zukommt, wer uns überhaupt hört. Das hat das in meinem Kopf dann nochmal viel diffuser gemacht. Aber trotzdem war das natürlich ein Prozess, so den eigenen Stil zu finden, auch als wir dann schon auf Sendung waren. Insofern, ich glaube, du wirst das gut machen, aber ich glaube auch, die Hörer werden dir verzeihen, wenn du mal ein Schnitzelchen drin haben solltest. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich bin mir absolut sicher. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir heute zur Feier des Tages quasi gar nicht so viel drum herum reden, sondern mehr oder minder direkt zum Fall kommen. Aber eins sei noch erwähnt, ihr könnt uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne folgen bei Instagram. Wir haben da eine sehr gut funktionierende und positive Stimmung und eine gut funktionierende Community. Wir haben da sehr viel Spaß, können uns da direkt austauschen miteinander. Ihr habt immer die Möglichkeit, konstruktive Kritik zu hinterlassen oder mir vielleicht auch jetzt hier zu dieser Folge persönliches Feedback zu geben. Wir freuen uns über jede Nachricht und über jeden, ja, jedes Mitglied der Community. Ja, auf jeden Fall. Und gerade die Community will ich kurz nochmal ansprechen. Wir haben ja letzte Woche in der letzten Folge, also vor einigen Tagen, darauf hingewiesen, dass wir uns so einen Ko-Fi-Account einrichten für Leute, die uns dann irgendwie gerne einen Kaffee ausgeben möchten oder in irgendeiner Form unterstützen. Und wir haben echt so ein bisschen damit gehadert, weil ich persönlich auch ein Problem habe, irgendwie um Dinge zu bitten oder das nicht so abzockermäßig rüberkommen sollte. Aber einige von euch haben sich schon beteiligt und wir sind vollkommen geflasht auch von der Unterstützung. Und vielen Dank persönlich nochmal im Podcast an die Leute, die da partizipiert haben. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Leute. Und wie ihr wisst, wir kaufen uns damit nicht eine große Kaffeemaschine, sondern wir wollen uns andere Maschinen kaufen, nämlich besseres Equipment für ein besseres Recording und letztendlich für eine bessere Qualität, damit wir das hier einfach noch ein Stück weit professioneller machen können und ja, unseren geliebten Podcast einfach noch ein bisschen qualitativer gestalten können. Wobei eine große Kaffeemaschine da sicher helfen könnte. Stichwort Kaffee. Ich trinke gerade einen, weil wir halb zwölf aufnehmen. Das ist eigentlich eine total unchristliche Uhrzeit für unseren Podcast, für unsere Aufnahmen. Auf meinem Balkon wüten die Dachdecker. Die machen da eine verstopfte Regenrinne frei. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Ja, aber ich muss ja auch gar nicht so viel reden heute. Du bist ja... Ja, und das ist nämlich das Problem. Die Uhrzeit ist das Problem. Ich müsste mich jetzt eigentlich betrinken. Also eigentlich brauche ich jetzt zwei bis vier Schnäpse, aber aufgrund meiner, ja nennen wir es mal nachmittaglichen Verpflichtung, ist das jetzt nicht drin. Deswegen muss ich jetzt einfach so klarkommen. Ich habe auch einen Kaffee und ein Wasser und ja. Lass uns doch einfach loslegen. Lass uns doch einfach loslegen. Ich bin gespannt. Okay, Fabian. Ja, Mann. Was denkst du, was ich hier vorhabe? Ich habe keine Ahnung. Also ja, du hast gesagt, ich meine, du hast mal irgendwie gesagt, dass es quasi ein Fall ist, den du vorstellst, der eigentlich zwei Fälle sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Richtig. Ja, das ist richtig. Und ich musste bei dir direkt an Tupac und Biggie denken, aufgrund unserer Hip-Hop-Affinität und aufgrund dessen, dass du auch ein großer Tupac-Fan bist, war ich ja zum Beispiel nie. Dann habe ich aber gedacht, dass das wahrscheinlich zu einfach wäre. Viel zu einfach. Viel zu einfach, ja. Und jetzt lasse ich mich einfach komplett überraschen. Gut. Also ich möchte dich maximal verwirren am Anfang. Ich hoffe, es glückt mir. Es könnten aber, die Zufälle könnten dazu führen, dass du auch direkt schon weißt, worum es geht und die Alarmglocken läuten. Aber ich hoffe nicht. Ich lese dir jetzt 14 Namen vor und du sagst mir, ob dir die Namen irgendwie bekannt vorkommen. Tatsächlich hat bei dem einen oder anderen Namen was. Geklingelt in meinem Kopf irgendwo in einer ganz tief versteckten Synapse in meinem Hirn. Aber ich kann da keinen Zusammenhang herstellen. Also ein paar Namen waren mir bekannt, aber ich habe keine Ahnung, wo die eingefasst sind. Gut. Und du hast jetzt auch keine Designer-Drogen jetzt gerade am Start wie im Film Lucy und kannst jetzt die Synapsen auch nicht aktivieren. Also wenn mein Kaffee nicht über Nacht zur Designer-Droge mutiert ist, dann nicht, nee. Gut. Das freut mich sehr. Ich bin auch sehr davon überzeugt, dass du die ein paar Namen schon mal gehört hast. Am Ende wird, glaube ich, alles klar werden. Also alle haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben den gleichen Mörder in Anführungsstrichen. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, in welchem Kontext wir uns hier bewegen. Ja, ich muss vorab so einen kleinen Disclaimer raushauen. Das hier ist kein Standard-True-Crime-Fall. Wie gesagt, aus besagten Gründen. Ich glaube, das wäre einfach zu leicht für dich, das irgendwie zu erraten. Und du würdest dich auskennen. Es ist nahezu unmöglich für mich, einen Fall zu finden, den du nicht kennst. Aber ich plädiere dafür, dass dieser Fall hier quasi in den Kanon der True-Crime-Fälle aufgenommen wird. Also vielleicht hilft es dir weiter, wenn ich die Berufe der 14 Personen sage. Hau mal rein, ja. Francis Gobi war, nee, mit dem fange ich nicht an. Michael Smith war Soldat. Ilan Ramon war Kampfpilot. Judith Resnick, Ingenieurin, Elektrotechnik. Rick Huspind, Maschinenbauingenieur und Pilot. Alison Onizuka, Raumfahrtechnikerin. Francis Gobi, Pilot. Kalpana Chawla, Ingenieurin. William McCool, Informatiker und Pilot. Ronald McNair, Physiker. Gregory Chawes, Elektrotechniker. Krista McAuliffe, Lehrerin. Michael P. Anderson, Physiker. David Brown, Arzt. Laurel Clark war Zoologin und Ärztin. Da wäre mein erster Gedankensprung jetzt, dass es gab vor einigen Jahren irgendwie einen Amoklauf an irgendeiner technischen Fakultät in den Vereinigten Staaten. Das würde passen mit den Berufen einiger der Opfer zusammen. Du hast aber gesagt, es ist kein klassischer True Crime Fall. Das würde ja letzten Endes auch Amokläufe wieder ausschließen. Insofern bin ich weiterhin relativ ratlos. Aber es sind so zwei Namen dabei. Das freut mich. Es sind so zwei Namen dabei. Ich habe die jetzt gerade nicht auf der Kette, aber immer wenn du die vorliest, dann schreit irgendwas in meinem Kopf. Dann zuckt was an dir. Ja, ich bin echt gespannt. Okay, dann will ich dir mal ein bisschen noch eine weitere Gedankenstütze geben. Was sagte die Abkürzung STS-51L? Genau, gar nichts. Du hättest auch gerade Chinesisch sprechen können. Letzte Gedankenstütze. Was sagte die Abkürzung STS-107? Genau das Gleiche. Gar nichts. Exakt nichts. Okay, STS steht für Space Transportation System. Das sind Flugnummern der NASA gewesen. Also Leute, heute wird es technisch, wissenschaftlich und politisch. Und am Ende werdet ihr begreifen, warum ich meine, dass das hier True Crime Fälle sind. Es wird immer verwirrender, aber auch spannender. Also ich bin auf jeden Fall am Haken hier. Alles klar. Es geht also um Space Shuttle Flüge. Kennst du dich damit aus, Fabian? Null. Also tatsächlich wirklich null. Geil. Yes. Das ist eine Thematik, die mich einfach nie genug interessiert hat, um da irgendwie einzusteigen. Also ich finde es faszinierend, dass wir den Raum bereisen. Keine Ahnung, diese ganzen Utopien von wegen Planeten bewohnbar machen, Mars bewohnbar machen, was weiß ich was. Ich finde das super, super interessant, dass diese Science Fiction von vor 30, 40 Jahren heute so greifbare Realität geworden ist. Aber es hat mich nie in dem Maße interessiert, dass ich mich da irgendwie mit befasst hätte. Also es ist tatsächlich so, ja. Ich habe dich kalt erwischt. Check. Du hast mich vollkommen kalt erwischt. Absolut. Bam, Leute. Imaginären Applaus jetzt bitte. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Also es war ganz ehrlich eine scheiß Folter seit dieser Folge, die wir mit den Ofis aufgenommen haben, wo es um die Was-wäre-wenn-Fälle geht. Ich habe da natürlich ganz investigativ, wie ich bin, mal die Frage einfließen lassen, was wäre, wenn du mal in der Raumfahrt mitmachen könntest. Und deine Antwort war ja, glaube ich, mache ich nicht. Also der Raffi war so in meinem Team, also machen wir auf jeden Fall. Aber du warst dagegen. Und ich glaube, am Ende dieser Folge wirst du immer noch dagegen sein oder noch Dagegner sein. Ich bin gespannt. Okay, ich werde erst mal anfangen mit ein paar Hintergrundinfos zur Raumfahrt oder vielleicht vorab. Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Ich habe mich in einem akademischen Kontext damit beschäftigt. Und letztendlich, dass es mal aufgearbeitet ist, aber schon was her, sodass ich jetzt hier versuchen muss, das zu rekapitulieren und auf der anderen Seite auch zu, wie soll man sagen, entakademisieren. Also mir ist es halt wichtig, das in einigermaßen normale Sätze reinzubringen, dass es jeder versteht. Es ist auch teilweise komplex. Deswegen, genau, kann es hier und da vielleicht schon mal so ein bisschen knifflig für euch da draußen sein. Aber am Ende kommen wir zu einem Moment, wo ich glaube, dass das hier für alle True-Crime-Nerds da draußen auf jeden Fall auch interessant ist. Ich finde es gerade ganz cool, was du vorhast, weil das wirklich, also ich glaube, so der erste Gedanke von vielen Leuten ist so, Raumfahrt, Wissenschaft, schwierig. Aber es ist halt wirklich mal was ganz anderes. Und ich finde es cool, dass du mich jetzt, also auch mich jetzt hier in eine Richtung transportierst, die für mich vollkommen neu ist und die mich wirklich überrascht. Geil, ja, also wir haben, dann ist mir das geglückt. Also wir haben hier auf jeden Fall so eine kleine Reise vor uns. Hoffentlich geht es nicht so schnell wie eine Rakete. Ich habe ja eben schon zum Eingang gesagt, diese 14 Menschen, die Namen, die ich vorgelesen habe, die leben nicht mehr und die haben mehr oder minder den gleichen Mörder. Ich möchte jetzt erstmal einen kleinen Abriss starten, damit wir so ein bisschen in Sujet reinkommen und mal gucken, wie es so, was es damit auf sich hat. Also im Allgemeinen sprach man so im 20. Jahrhundert vom Wettlauf ins All oder auch vom Kalten Krieg im Orbit. Es war ein Kampf der Supermächte und zunächst ging es quasi zu Beginn des Kalten Krieges um eine gewisse militärische Vormachtstellung der Siegermächte. Die Sowjetunion und USA kämpften ja im Zweiten Weltkrieg, wie wir alle wissen, noch Seite an Seite gegen das Hitler-Deutschland. Und seit den 1950er Jahren haben sie sich im Prinzip diesen Kalten Krieg geliefert. Für alle, die es da draußen nicht wissen, das ging dann ungefähr bis Anfang 1990. Also man sagt, die Wiedervereinigung Deutschlands oder aber auch der Zerfall der Sowjetunion 1991 waren so das Ende des Kalten Krieges. Das ist ein bisschen, sorry, dass ich dich kurz unterbreche. Es ist so strange, weil wir ja tatsächlich noch mit dieser Realität aufgewachsen sind, auch wenn wir zwar nur Kinder waren, aber es war schon relativ gegenwärtig. Also man hat das schon irgendwie gespürt, dass es da irgendwie zwei Machtblöcke gibt, die sich irgendwie feindlich gegenüberstehen. Für mich ist das so in den letzten Monaten, also spätestens seit der Invasion in der Ukraine, fühlt sich das irgendwie wieder so ein bisschen an wie in der Kindheit. Ja, auf jeden Fall. Man wird da so ein bisschen zurückversetzt. Ja, und diese... Zumal... Entschuldige. Nee, sag, du warst am Reden schon. Und dieser Kalte Krieg oder dieser Wettlauf ums All war mir natürlich... Das war mir tatsächlich bewusst. Das ist, glaube ich, somit das Einzige, was ich da noch kenne. Führt ja auch zu diesen wilden Verschwörungstheorien bezüglich der Mondlandung der Amerikaner, dass die quasi nur gestaged war, weil Amerika diesen Prestigeerfolg brauchte, weil der Legende nach Russland zum damaligen Zeitpunkt eigentlich viel weiter war in diesem Wettlauf. Darauf werde ich jetzt gleich eingehen. Ja. Okay, cool. Sehr cool. Also ganz kurz zu deinen Erinnerungen. Mir war es damals auch so. Also ich weiß noch, so als kleines Kind irgendwie, als man wusste, Deutschland ist jetzt wieder vereinigt, da gab es einfach, wie soll ich sagen, sehr viele ostdeutsche Familien, die zu uns in den Westen gekommen sind. Und man hat das dann wirklich auch gespürt, dass sich die Häuser so langsam füllten und man einfach Spielkameraden und Kameradinnen quasi fand, die jetzt irgendwie aus dem Osten kamen. Und es war so ein Gefühl der Neufindung irgendwie für einen selbst. Ja, ich erinnere mich auch noch, wie ich vorm Fernseher saß und die Bilder von der fallenden Berliner Mauer übertragen wurden und von den Menschen, die dann halt in den Westen gekommen sind. Und ich meine, ich war ja noch klein und war mir der Tragweite dessen nicht bewusst. Aber es war selbst mir als Grundschulkind irgendwie klar, da passiert gerade Geschichte. Also es war klar, dass da ein großer Moment stattfindet. Genau. Wir gehen aber nochmal 50 Jahre oder 40 Jahre zurück. Also wie gesagt, 1950 ging es los mit dem Kalten Krieg. Die Siegermächte haben so ein bisschen versucht, ja weiß ich nicht, es war so ein Gerangel um Macht eigentlich. Der Kalte Krieg drückt eigentlich aus, dass sie sich ein Duell geliefert haben, wer die krasseren Waffen hat, wenn man so möchte. Und immer in der Androhung oder in der subtilen Botschaft, wir greifen euch bald an. Und so ist es dann auch dazu gekommen, dass mithilfe deutscher Ingenieure beide Supermächte an leistungsstarken Langstreckenraketen tüftelten, die im Kriegsfall auch Atomsprengköpfe transportieren könnten. Für die Amerikaner arbeitete der deutsche Erfinder, Werner von Braun, den kennt man zum Beispiel von der V2-Rakete, der Wehrmacht. Und für die Sowjets arbeitete im Prinzip, ja man sagt so die zweite Garde deutscher Ingenieure. Das waren halt Leute mit viel praktischer Erfahrung. Aber es waren eben trotzdem auch super gut ausgebildete Ingenieure. Und so haben im Prinzip beide für sich angefangen, an Raketenprogrammen zu arbeiten. Aber da ging es noch gar nicht irgendwie um Flüge ins All, sondern es ging wirklich um Waffen. Es ging um Langstreckenraketen und um eine Bedrohung sozusagen, um eine militärische Aufrüstung. Das ist auch so ein Punkt, den ich moralisch immer sehr, sehr schwierig fand. Also es gab da dieses groß angelegte Rekrutierungsprogramm der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, Operation Paperclip, wo hochrangige Wissenschaftler aus dem Nazireich dann nach Amerika gebracht wurden, um dort mit ihren Forschungen weiterzumachen. Und wir reden da wirklich teilweise von Leuten, die wirklich glühende Nazis waren und die für Hitler wirklich Atomwaffen entwickeln sollten, beziehungsweise Langstreckenraketen oder, oder, oder. Teilweise wurden auch Leute, die im Prinzip wirklich krasse Verbrecher waren, dann eingesetzt, um Geheimdienste, beispielsweise auch in Amerika, aber auch in Ländern wie Paraguay oder so, zu unterstützen, zu trainieren, Verhörtechniken beizubringen. Und da wird mir jedes Mal so ein bisschen schlecht, wenn ich darüber nachdenke, was für Dirnensprosse und Arschgesichter da einfach Strafen entgangen sind, weil sie ihre Kompetenzen dann anderweitig anbieten konnten. Auf alle Fälle. In dem Moment war es eigentlich auch egal, dass sie vorher mal Feinde waren und dass es irgendwelche Nazis waren. Genau, ja. Hauptsache sie haben die Expertise mitgebracht. Genau. Ist ja im Prinzip auch von beiden Seiten irgendwie sehr lächerlich. Aber, nun gut, machen wir mal weiter. Also im Prinzip hat sich das technisch so ein bisschen unterschieden. Die USA setzt auf leichte Raketen mit Atomsprengköpfen, hat halt geguckt, wie die die so, ja, bestmöglich unterkriegen können. Und die UDSSR folgte da im Prinzip einer anderen technischen Schule. Die haben versucht, große und leistungsstarke Raketen zu bauen. Das Ganze hat im Prinzip im Jahr 1957 dann mit Sputnik 1 das erste Mal so eine, ja, wie soll man sagen, so einen Weltraumbeigeschmack bekommen, indem nämlich die Sowjets Sputnik 1 damit den ersten künstlichen Erdsatelliten in eine Umlaufbahn schickten. Das führte seitens der USA zum sogenannten Sputnik-Schock. Die Sowjets zeigten nämlich, dass sie dazu in der Lage waren, eine Interkontinentalrakete zu jedem Ziel zu schießen und dementsprechend auch in die USA. Das nahm also neue Bedrohungen, neues Ausmaß der Bedrohungen an. Und eigentlich damit, kann man sagen, begann dann dieser Wettlauf um die Vorherrschaft im All. Ja, wenige Monate später schoss die UDSSR mit der Hündin Laika, davon hast du bestimmt schon gehört, auch das erste Lebewesen in den Orbit. Das war dann... Ja, das, sorry, das war mir bekannt, ja. Crazy Story, dass man überlegt, dass da so ein Hund einfach hochgeschossen wurde. Also ich habe mich mal gefragt, was für ein Erkenntnisgewinn man sich davon irgendwie verspricht, weil der kann ja keine Rückmeldung geben. Du kannst höchstens irgendwie ermessen, ob das Tier überlebt hat oder nicht. Ja, zumal auch eine Rückkehr gar nicht geplant war. Also es war von vornherein so vorgesehen, dass Sputnik 2 nicht zurückkommt. Und also ich glaube, da würden heutzutage alle Tierschützer auf die Barrikaden steigen und das niemals zulassen. Aber damals in den 50er Jahren tickten die Uhren quasi noch anders und das war dann okay, sagen wir mal, okay zur Erkenntnisgewinnung, was auch immer sie dann für Erkenntnisse gewonnen haben. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Wissenschaft noch nicht so weit war und man noch mit allem gerechnet hat, sozusagen. Das war alles weniger erforscht. Wir müssen auch gar nicht so tun, als ob das jetzt irgendwie total abwegig ist, dass da so ein Tier, Entschuldige, dass so ein Tierleben zur Erkenntnisgewinnung irgendwie beendet wird. Ich meine, wir haben immer noch Tierversuche in der heutigen Zeit. Genau, und das auch im Weltall, dazu werden wir gleich noch kommen. Also von daher, das ist jetzt, ja genau, das ist also nichts, was jetzt irgendwie mit Ablauf der 60er, 70er Jahre sowas aufgehört hätte. Genau, also auf jeden Fall verstarb Leica dann nach wenigen Minuten an Überhitzung und Stress. Das wurde aber auch erst im Jahr 2002 der Öffentlichkeit mitgeteilt, Entschuldigung. Also mit anderen Worten, man wusste es eigentlich auch schon vorher, hat es aber dann doch verschwiegen. Klar, das wäre ja auch schlecht für die Propaganda gewesen. Genau. Als Antwort auf diese ersten Erfolge der Sowjetunion gründete dann die USA im Jahr 1958 die zivile Raumfahrtbehörde NASA, die uns allen bekannt ist. Und 1958 schickte die NASA dann auch mit der Explorer 1 den ersten Satelliten in eine Erdumlaufbahn. Dieser drehte bis 1970 seine Kreise, also durchaus eine relativ lange Zeit im Vergleich dazu. Sputnik 1 drehte, glaube ich, nur ein, zwei Jahre seine Kreise und dann, ich weiß gar nicht, ob das dann irgendwie explodiert ist oder sich aufgelöst hat oder was auch immer verschollen ist. Auf jeden Fall hatte da die NASA, was zumindest so die Nachhaltigkeit betrifft dieser Aktion, so ein paar Schritte waren sie voraus. Und 1959 kommt dann allerdings die Uhr der SSR wieder mit einem großen Erfolg zurück und zwar mit Lunik 2 schlägt der erste vom Menschenhand gebaute Flugkörper auf der Mondoberfläche ein. Und im gleichen Jahr fotografiert Lunik 3 die Rückseite des Mondes. Zwei Jahre später, 1961, umkreist der Sowjet Yugi Gagarin mit der Vostok 1 als erster Mensch die Erde. Der ist hier bekannt, glaube ich, ne? Yugi Gagarin ist durchaus ein Name, der bekannt ist, ja. Zwei Jahre später folgen dann weitere bemannte Raumfahrten der UdSSR. Und es gibt dann auch den ersten Weltraumspaziergang im Jahr 1965 von Alexei Leonov, der in einer Höhe, Achtung, liebe Leute mit Höhenangst, von 500 Kilometern über der Erdoberfläche so einen kleinen Weltraumspaziergang hatte. Das wäre ja nichts für mich. Definitiv auch nicht für mich. Also ich finde auch diesen Gedanken im Weltall zu sein, haben wir ja, glaube ich, kurz drüber gesprochen, auch total gruselig irgendwie. Also dieser Gedanke, dass um einen rum einfach nur nichts ist und Kälte. Und keine physikalischen Regeln herrschen, die dich zurückbringen können. Die gelten nicht. Oder beziehungsweise unsere physikalischen Regeln nicht gelten. Genau. Und auch dieser erste Schritt von Alexei Leonov, der war dann auch extrem mutig, weil letztendlich all diese, hier sind wir wieder bei dem Punkt der Erkenntnisgewinnung angekommen, an all diese Erkenntnisse, die wir heutzutage haben, ob sowas denn auch gut geht, das hat man eigentlich nur solchen Aktionen zu verdanken, muss man dazu natürlich auch sagen. Das ist natürlich maximal waghalsig gewesen und mit einem großen Vertrauensvorschuss gegenüber der Technik, die er da hatte. Ja, gut, auf der anderen Seite sind das wahrscheinlich auch Menschen, die auch einfach wirklich im Zweifelsfall bereit wären, ihr Leben für die Wissenschaft zu opfern. Also das ist denen ja sicherlich bewusst gewesen. Auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, muss man auch krass den Hut vorziehen, dass man wirklich bekannt ist, bereit ist für Erkenntnisgewinn sowas Wertvolles wie das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Absolut, die opfern sich einem höheren Ziel, wenn du so willst. Also letztendlich eine gleiche Denkweise, der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber mit gewissen Freiheitskämpfern, in Anführungsstrichen, so nenne ich sie mal, die auf die Idee kommen, sich in die Luft zu sprengen oder sowas, weil sie es einfach tun, um, keine Ahnung, weil sie für ein höheres Ziel sich einsetzen möchten. Also im Vergleich zumindest eine gewisse Analogie, die in gewisser Maßen zulässig ist, wie ich finde. Ja, also dass Menschen in der Lage sind oder auch willens sind, extreme Opfer zu bringen, wenn sie von etwas überzeugt sind, das ist der Zusammenhang, genau. Genau, 1966 gelingt dann der UdSSR mit Luna 9 die erste weiche Mondlandung. Das ist also ein Flugkörper, der dort auf dem Mond gelandet ist. Und wie man sich vorstellen kann oder wie wir jetzt eben aus der Retrospektive auch wissen, hat die USA das nicht gerne lange beobachtet. Der recht junge neue Präsident John F. Kennedy versprach dann dem Volk im Jahr 1961, den ersten Menschen auf dem Mond zu landen und auch wieder zurückzubringen. Also nicht so ein One-Way-Ticket wie mit Leica, sondern halt auch wirklich im Prinzip Next Level zu erreichen. Und wie man jetzt schon erkennen kann, geht es längst nicht mehr um militärische Ziele. Es geht hier wirklich darum, die eigene technische Überlegenheit zu beweisen und auch die Überlegenheit des eigenen Gesellschaftssystems einfach nahezulegen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, die Sowjetunion war im Prinzip der Kommunismus und die USA Repräsentant des Kapitalismus. Ja, genau. Daher der Kampf der Systeme definitiv ist heute ja noch teilweise Bestand in manchen Teilen der Welt. Und auch immer wiederkehrend, muss man ja auch dazu sagen. Also ich glaube, der Kapitalismus, in dem wir ja auch leben und dem wir unseren Wohlstand heutzutage natürlich definitiv in Deutschland auch zu verdanken haben, ich glaube, etwas anderes zu behaupten wäre falsch meiner Meinung nach, wird dennoch häufig auch kritisiert. Es ist auch nicht nur gut. Ja, es gibt vielleicht auch irgendwas anderes. Aber wenn man jetzt wirklich diese beiden Systeme sieht, Kapitalismus und Kommunismus, zumindest Sozialismus, so wie er auf dieser Welt bisher durchgesetzt wurde, dann gibt es in diesem Kampf der Systeme doch einen relativ klaren Sieger, muss man sagen. Das ist halt der Kapitalismus, der sicherlich nicht perfekt ist in seiner Form, schon gar nicht in dieser amerikanischen Form, die ja nochmal viel, viel hyperkapitalistischer ist als bei uns in Europa hier. Ja, aber wie gesagt, er hat sich eben relativ deutlich durchgesetzt, weil er eben, ja, ich glaube, der Kapitalismus klammert einfach viele menschliche Schwächen aus und berücksichtigt die nicht in seiner Utopie. Wir schweifen extrem ab. Ich möchte aber daraus noch sagen, auch wenn ich mich jetzt gerade pro Kapitalismus gewissermaßen ausgesprochen habe, halte ich das auch nicht für die richtige Form. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass der Kapitalismus auch krank macht, die sehr starken Anteil daran hatte, dass die Umwelt in diesem hohen Maße zerstört wurde. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele, ja, sagen wir mal, Krankheiten und Verletzungen der modernen Zivilisation, die durch den Kapitalismus ausgelöst wurden. Also das darf man dabei nicht vergessen. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich meine, Kapitalismus in sich ist ein System, was irgendwann kollabieren muss, weil es halt von dauerndem Wachstum lebt und es kann kein dauerndes Wachstum geben. Das wird irgendwann zum Kollaps führen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also wenn man so zum Beispiel sich die Aktienverläufe der letzten 100 Jahre ansieht oder sowas, dann sind die trotz diverser Krisen, die aufgetreten sind, stetig gewachsen. Also Wachstum ist, sagen wir mal, zumindestens, seitdem wir in der Industriegesellschaft leben, vorgesehen. Und von daher ist es eine total spannende und auch existenzielle Frage, die dabei im Raum steht. Okay, Entschuldigung. Wir rasten aus. Noch mal ganz kurz für Leute, die irgendwie reingeskippt haben. Wir sind kein Wissenschaftspodcast und vor allem auch kein Wirtschaftspodcast. Wir reden jetzt hier weiter über Dinge, die Daniel uns erklärt und uns dann näher bringt, warum das mit True Crime irgendwas zu tun ist. Ganz genau. Also im Prinzip ist diese gesamte Folge schon ein riesiges Abschweifen, aber meiner Meinung nach gerechtfertigt. Wir machen weiter. John F. Kennedy, der junge Präsident, wusste natürlich, dass er die Ingenieurs-Ikonen um Werner von Braun in seinem Team in Anführungsstrichen hatte und ließ damit dann die Saturn-Raketen bauen. Das waren sehr leistungsstarke Trägersysteme. Und 1967 startete dann auch die erste Saturn-Rakete mit Apollo 1, so der Name dieser Mission. Der Name Apollo ist uns allen ja geläufig. Und so kommt es auch zwei Jahre später mit Apollo 11 1969 dazu, dass der bekannte erste Mondspaziergang von Neil Armstrong stattgefunden hat. Und der weitere Astronaut, der so ein bisschen in Vergessenheit oft gerät, weil man häufig den Namen Neil Armstrong nur hört, ist eben Ed... Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, ganz genau. Da wollte ich kurz nochmal glänzen. Ja, gut, gut, gut. So muss das sein. Genau. Dann spalten sich so ein bisschen die Wege. Die Sowjets begeben sich so ein bisschen in das Terrain der Raumstation, während die USA da noch nachzieht. Also es ist die Salyut 1, ist die erste Raumstation, die in Betrieb genommen wurde seitens der Sowjets. Und die USA zieht dann 1973 mit der Raumstation Skylab oder beziehungsweise mit dem Skylab-Programm nach. Was aber schön zu beobachten ist, dass es da auch friedliche Gesten gab, im Fall oder im Jahr 1975 kam es dazu, dass zwei fliegende Raumschiffe, also eins der UDSSR und eins eben der USA, aneinander gekoppelt um den Planeten herum geflogen sind. Und es gibt auch Aufnahmen, die zeigen, wie die Kosmonauten sich im All umarmen. Also da einfach nochmal eine komplette, ja wie soll man sagen, eine Geste, die einfach auch nochmal zeigt, dass mit ein bisschen Kilometer Abstand, ein bisschen in Anführungsstrichen, all diese Streitigkeiten null und nichtig und vollkommen irrelevant sind. Also insofern auch eine sehr schöne Geste für die Welt. Ja, man darf da ja auch nicht vergessen, dass da ja im Endeffekt, dass einfach Menschen sind, losgelöst von ihren jeweiligen Systemen, die eigentlich die gleiche Leidenschaft und die gleichen Ziele verfolgen. Exakt das, nämlich die Wissenschaft voranzutreiben. Ja, insofern ist das für mich vollkommen nachvollziehbar und zeigt, dass es eigentlich auch totaler Unsinn ist, sich in solche Systeme so einzuordnen, dass man nicht über den Tellerrand schaut und dass man Menschen außerhalb seiner eigenen Glaubens- und Systemwirklichkeit irgendwie verdammt dafür, dass sie was anderes glauben oder leben. Absolut. Ja, und jetzt kommen wir im Prinzip schon zu einem Punkt der Geschichte, mit der wir uns heute sehr stark beschäftigen werden. Und zwar geht es um die Space Shuttle Mission der USA, die 1981 eingeführt worden sind. Ich habe eben schon gesagt, dass die beiden Kontrahenten im Prinzip so seit den 70er, 80er Jahren unterschiedliche Wege gegangen sind, um halt die Vorherrschaft für sich im All zu sichern. Man könnte fast sagen, jeder baute seine eigene Expertise aus. Die USA antwortete, in Anführungsstrichen, mit dem Start der Space Shuttle Programme oder der Raumfahrt Programme. Worum handelt es sich dabei? Es handelt sich im Prinzip um fünf Space Shuttles, also fünf Raumschiffe, fünf Raumfähren, deren Namen uns bekannt sind. Ich werde sie gleich vorlesen. Ich denke, dann wird dir auch der ein oder andere Name bekannt sein, wenn du sie hörst. Die insgesamt 135 Mal ins All geflogen sind zwischen 1981 und 2011. Und all diese Raketen sind gestartet vom Kennedy Space Center in Merritt Island, Florida. Zur, wie soll man sagen, dezentralen Aufteilung der Organisation NASA werde ich später nochmal zurückkommen. Diese wird ein doch wichtiger Bestandteil meiner Argumentation sein, warum ich glaube, dass diese Vorfälle, von denen wir heute sprechen werden, eigentlich in den Kanon der True Crime Fälle gehören. Ich bin gespannt. Genau. Ich möchte die Namen einmal vorlesen. Das ist die Columbia, die Discovery, die Atlantis, die Challenger und die Endeavor. Also um diese fünf Raumfähren geht es, die dann insgesamt 135 Mal ins All geflogen sind. Zwei dieser Raumfähren sind leider verunglückt. Das war die Columbia und die Challenger. Vielleicht noch ein Stück weit, um so diese politische Bedeutung des Ganzen oder dieser Space Shuttle Programme noch hervorzuheben. Es ging nicht nur um den Kalten Krieg. Es ging auch darum, dass die USA in den 70er Jahren, ja ich sag mal, herbe Enttäuschungen erleben musste, um es mal vorsichtig auszudrücken. Zum einen gab es halt diesen sinnlosen Vietnamkrieg, den sie ganz offensichtlich versemmelt haben und komplett grundlos gestartet haben, wenn man so möchte. Dann gab es eine sehr hohe Inflation und es gab extreme Rassenunruhen. Das heißt also, die Bevölkerung der USA war sehr negativ eingestellt. Und was macht dann natürlich eine Politik, wenn sie sowas erfährt? Sie versucht, was Positives zu machen. Ich nenne es mal Opium fürs Volk zu schaffen. Oder wie der Astronaut Robert Crippen dann auch einmal sagte, ich werde ihn zitieren, das Land brauchte etwas zum Wohlfühlen. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr krasse Zeit des Umbruchs gewesen in den Vereinigten Staaten. Und Amerika hat ja gerne auch die Taktik gefahren, immer wieder von innenpolitischen Spannungen abzulenken, indem man irgendwo Krieg führt. Das konnte man eben nicht, weil Vietnam ja gerade erst am Start war und die Gesellschaft schon ziemlich kriegsmüde gemacht hat. Insofern ergibt das absolut Sinn, dass man dann da vielleicht irgendwie mit so einem Prestigeobjekt wie Raumfahrt was reißen wollte. Absolut. Vor allem, weil es auch brand new war. Also da konnte quasi niemand mitreden. Sie konnten sich damit behaupten. Ich möchte aber ganz kurz zu diesem politischen Vorgehen, was du gerade geschildert hast, noch was sagen. Diese Art abzulenken, wenn es innenpolitisch nicht gut läuft, dann quasi außenpolitisch zu glänzen, ist aber letztendlich herkömmlich und das machen auch deutsche Politiker so. Ja, ja, klar. Also das macht, das ist Politik letzten Endes. Aber wie gesagt, das ist halt da relativ auffällig. Wir werden über diese zeitliche Periode in den Vereinigten Staaten auf jeden Fall auch noch sprechen. Du hast jetzt gerade eben kurz nebenbei den damaligen Präsidenten Kennedy genannt. Mit dessen Verscheiden bzw. mit dessen Tod werden wir uns im Laufe des Podcasts auch noch beschäftigen. Okay, cool. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein extrem spannendes Thema. Und auch so einmalig, dass man einfach die Hinrichtung eines Präsidenten medial festgehalten hat. Und einfach, dass diese Bilder für jeden Menschen zugänglich sind. Ja, und da ist vor allem tatsächlich auch deutlich mehr dran, als man allgemein hin so vielleicht auf dem Schirm hat. Lee Harvey Oswald war das. Oder zumindest der Mann, der da im Raum steht. Aber ich will noch nichts vorwegnehmen. Ansonsten verzetteln wir uns hier wieder in der nächsten Diskussion, glaube ich. Aber es passt tatsächlich auch so ein bisschen zur jetzigen Diskussion, weil Lee Harvey Oswald, ja, ein großer Freund der Sowjetunion war. Der hatte auch dort gelebt. Ich glaube, seine Frau war auch Russin. Er sprach fließend russisch. Und er hat versucht, in Dallas so eine kommunistische Kleinstpartei zu gründen. Und das wird auch als Motiv für diesen Mord gesehen. Also, dass er eben diesen Kampf der Systeme derart auf die Spitze getrieben hat, dass er Kennedy getötet hat. Kurzer Exkurs, bevor ich jetzt zu viel wegnehme zur dann folgenden Folge. Das war die kurze Zusammenfassung. Der Klappentext. Das war die kurze Zusammenfassung. Aber es passte halt so voll in die Thematik, die wir jetzt gerade haben. Ja, ich freue mich drauf. Das ist auf jeden Fall super interessant. Wir machen kurz weiter. Also, wie gesagt, es entstand einfach ein riesiger Medienhype um diese Space Shuttle-Programme. Und natürlich wurden diese dann auch zur Quelle des Nationalstolzes. Die NASA erkannte sehr schnell die Werbewirksamkeit und nutzte dann eben auch diese Raumfahrtprogramme zur Werbung, beziehungsweise auch zum Merchandising-Vertrieb. Und es war eine sehr gute und geeignete politische Bühne. Um einfach politische Statements zu kommunizieren, zum Beispiel gab es mit Sally Wright, die erste amerikanische Frau im Weltall, die erste sowjetische Frau, flog bereits 1963. Guyon Bluford, ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen, war der erste schwarze Astronaut. Und Alison Onizuka, der erste hawaiianische Astronaut. Wir haben eben erfahren, dass es in den 70er Jahren Rassenunruhen gab. Und naja, da kann man ja mal unterstellen, dass so eine gewisse Werbung hinsichtlich der ethischen Zugehörigkeit oder der Geschlechterzugehörigkeit der einzelnen Astronauten dann sicherlich nicht ganz zufällig gelaufen ist. Ja, voll. Du kannst auf jeden Fall den Leuten ihre Unzufriedenheit so ein bisschen nehmen, indem du sagst, guck mal, ihr könnt das schaffen, wenn ihr hart arbeitet, dann könnt ihr alles schaffen. So auch Astronauten. Richtig, genau. Und egal, also American Dream, jeder kann es schaffen, egal, wo er herkommt. Und Rassenunruhen, ja, das ist vielleicht mal vorgekommen, aber gibt es ja eigentlich gar nicht, wie ihr hier seht. Und insofern nutzt natürlich die PR-Abteilung der NASA diese Gelegenheit, um Geschichten auf Hochdruck produzieren zu lassen. In Zeitschriften, bei irgendwelchen Events, in Zeitungen. Also überall wurden eben dann die verschiedenen Astronauten einfach platziert und sehr häufig eben, um diese politischen Subtexte dann einfach auch rüberzubringen und diese Botschaften zu verteilen. Aber irgendwann, auch das kann man sich vorstellen, ebbt das so ein bisschen ab und die Bevölkerung verliert so ein bisschen das Interesse daran. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn jedes Jahr in Deutschland eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden würde, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung quasi immer nur interessiert ist, sondern irgendwann wird es halt Normalzustand. Und genau das geschah eben auch mit diesem Space Shuttle-Programm. Das merkte die amerikanische Bevölkerung, sodass man im Prinzip einen oben draufsetzen musste. So entschied 1984 der damalige Präsident Ronald Reagan, normale Menschen ins All zu schicken. Es gab dann verschiedene Castings und schlussendlich hat dann Krista Olive gewonnen, die als Lehrerin tätig war. Und sie sollte dann eben die erste Zivilistin sein, die Teil eines Space Shuttle-Programms werden sollte, um eben ins All zu fliegen. Das Ganze war dann gekoppelt mit einer gewissen Aktion, also ein Online-Event, wenn man so möchte. Und die zweite Crystal McAuliffe sollte ihre Klasse aus dem Weltall unterrichten. Über Funk dann? Ja, genau. Also Zoom hatten sie wahrscheinlich noch nicht. Da gab es dann irgendwelche anderen Möglichkeiten, genau. Also das Internet war ja irgendwie, glaube ich, vorher tatsächlich als militärische Kommunikationsmöglichkeit schon etabliert, bevor es dann für uns zugänglich wurde, aber zu der Zeit safe noch nicht. Also das müsste dann über Funk stattgefunden haben, ja. Genau. Ja, und hiermit kommen wir dann im Prinzip auch schon zum ersten Fall, nämlich die Explosion der Challenger im Jahr 1986 dann auch. Ich habe dir mal ein Bild von der Besatzung nochmal geschickt. Vorhin habe ich ja 14 Namen vorgelesen. Hier nochmal die sieben Besatzungsmitglieder der Challenger im Überblick. Das ist also von oben links startend Allison Onizuka, Crystal McAuliffe, Gregory Jarvis, Judith Resnick, Michael Smith dann unten, der Pilot, Francis Gobi, der Kommandant in der Mitte des Bildes und Ronald McNair, ein Missionsspezialist rechts unten. Und einige dieser Astronauten waren bereits im Weltall. Und also hier nochmal eine kleine Werbung zur, ich mache das ja eigentlich ungern, aber eine kleine Werbung für die Netflix-Doku. Guck da auf jeden Fall mal rein, weil ich finde, man erfährt dort sehr viel über die Persönlichkeiten und über die Personalien dieser sieben Astronauten. Das ist sicherlich interessant und ich finde, es ist ein deutlicher Mehrwert, was über diese Menschen und Biografien zu erfahren, als wenn man einfach nur ein Bild aus den 80ern sieht und denkt, ja okay, das sind jetzt die sieben Menschen, die gestorben sind. Das waren, glaube ich, alles ganz besondere Charaktere und man erfährt da ein bisschen über die sieben, über deren Lebensgeschichten. Und ja, also ich empfehle da jeden mal reinzugucken und es ist auf jeden Fall schön produziert und auch sehr informativ gestaltet. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich finde so Hintergrundinformationen zu den Menschen auch immer extrem spannend. Das Foto kenne ich. Also wie gesagt, ich weiß über die Materie tatsächlich nicht viel. Ich habe tatsächlich das Bild vom missglückten Staat vor Augen, weil man das so oft schon gesehen hat. Und dieses explizite Foto der Crew kenne ich tatsächlich auch. Genau, also dazu werden wir gleich bekommen zu dieser Aufnahme. Aber es ist einfach so, das kann man vielleicht schon vorwegnehmen, dass man reichlich Material dieser Tragödie einfach im Internet auch findet. Und ja, dass man, wenn man, wie soll man sagen, sich jetzt hiermit beschäftigt und vielleicht die Doku sieht und dann halt einfach auch nochmal diese Aufnahme des Staates, des missglückten Staates sich ansieht, dann ist man schon wirklich live dabei. Also man führt da richtig mit und verliert so ein bisschen den zeitlichen Abstand, den wir ja eigentlich haben. Genau, also die Missionsbezeichnung habe ich ja eben schon genannt, STS-51L. Wofür das L steht? Keine Ahnung. Fakt ist, das wäre der zehnte Flug oder war eigentlich der zehnte Flug der Challenger. Die Challenger ist 1983 zum ersten Mal gestartet und hatte in den neun vorangegangene Missionen verschiedene Aufträge erfüllt. Hier ging es zum Beispiel darum, dass Kommunikationssatelliten ausgesetzt wurden. Zum Beispiel Sally Wright, die ja jetzt auch wieder bei der Besatzung ist, die hatte 1983 ihren ersten Flug ins All. Es ist aber auch so, dass teilweise Bergungsarbeiten stattgefunden haben. Es gab wissenschaftliche Aufgaben. Also querbeet, das ist jetzt sehr technisch und ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht alles, was die da jetzt hier zu tun hatten im All. Jedenfalls ist es die zehnte Mission gewesen, die dann eben starten sollte. Und jetzt nähern wir uns ein bisschen dem Feld der Gründe, warum es jetzt hier zur Katastrophe gekommen ist. Also es ist so, dass der Start der Mission ursprünglich für den 22. Januar 1986 geplant war. Allerdings musste dieser verschoben werden, weil es Verzögerungen bei den vorangegangenen Missionen gegeben hat, der anderen Space Shuttles, nämlich der STS-61C. Das war ein Flug der Columbia am 12. Januar 1986. Wir haben ja eben erfahren, dass alle Space Shuttles vom Kennedy Space Center ausgestartet sind. Also insofern ist es jetzt nicht so ein reger Flughafenbetrieb gewesen, wie man es vielleicht heute kennt, wo alle paar Sekunden ein Flugzeug startet. Sondern natürlich, klar, wenn es da eine Verzögerung gibt, dann ist der gesamte Flugplan hart betroffen. Also zunächst gab es diese Verschiebung um zwei Tage. Allerdings konnte dann die Challenger immer noch nicht starten, weil die Witterungsverhältnisse es am Start dort nicht zugelassen haben. Es war sehr, sehr windig und man hat dann es wieder verschoben. Und beim nächsten Anlauf hatte man ein ganz skurriles Problem, warum man wieder nicht starten konnte. Und zwar gab es Probleme mit der Einstiegsluke der Raumfähre. Inwiefern? Es ist so, dass die Space Crew dann quasi schon in der Raumfähre war. Und die sind dann, letztendlich gibt es noch eine außen, eine begleitende Crew, also auch Ingenieure und Techniker, die die Mannschaft von außen betreuen und sich quasi um alles drum herum kümmern. Und die konnten halt diese Luke, also wie die Tür, die man kennt, wenn man ins Flugzeug einsteigt, sozusagen, nicht verschließen, weil eine Schraube verschlissen war. Das kann man sich kaum vorstellen, dass so ein Raumfahrtprogramm von einer Schraube abhängt, sodass sowas Basales eigentlich. Aber so war es dann einfach auch und sie konnten die nicht verschließen. Das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Ich meine, das ist ja wirklich ein Projekt, was unfassbar viel Geld kostet und offensichtlich ja auch sehr von äußeren Umständen abhängig ist. Wenn wir jetzt hören, dass die Starts dann verschoben werden mussten aufgrund von Wetterbedingungen. Also da muss ja offensichtlich sehr viel passen. Und wenn man dann überlegt, dass da offensichtlich dann technisch schon nicht irgendwie alles hundertprozentig perfekt gemacht wird, das ist dann ja schon ein bisschen, ja, strange. Ja, und vor allem auch beängstigend, dass es an so einem kleinen Schräubchen dann einfach hängt. Das ist ja ein riesen, wie soll man das ausdrücken, ein riesen Paket von Technik, was da in die Luft fliegt. Eine riesen Maschinerie, in der so viel Wissen drin steckt und so viel Geld und so viel alles im Prinzip. Und dann ist es halt so ein kleines, pimmeliges Schräubchen, was sich davon abhält, da hochzufliegen. Und es wird halt noch besser. Wegen dieser Technik konnten dieses zweite Ingenieursteam, das halt eben draußen unterwegs war, konnten diese nur einen Akkuschrauber benutzen. Also sie durften jetzt keinen Stromanschlussschrauber benutzen, sondern die mussten wirklich einen batteriebetriebenen Akkuschrauber benutzen, um diese Schraube zu befestigen. Das ging allerdings nicht, weil der Akku leer war. Also irgendjemand hat vergessen, die Akkus zu laden über Nacht oder was auch immer. Keine Ahnung, vielleicht war das so ein seltener Fall, dass niemand damit gerechnet hat. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls gibt es Videoaufnahmen, wie man sieht, dass sie total verzweifelt da eben an dieser Luke hängen und versuchen, das zu verschließen und es einfach nicht klappt, weil die Akkus nicht funktionieren. Also man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dass das kein sonderlich professionelles Ding war. Diese NASA zu der Zeit. Also klar, das sind jetzt irgendwie Kleinigkeiten, die können schief gehen, aber es ergibt halt irgendwie schon ein sehr fragwürdiges Gesamtbild. Also ich finde immer, ich habe immer so ein bisschen Schiss vor der Technik von vor ein paar Jahrzehnten. Wenn man so überlegt, heute so mit unseren coolen Smartphones und Handy und alles ist möglich und Virtual Reality und Augmented Tralala, dann finde ich halt, damals war das alles noch viel händischer und analoger. Also die Verschmelzung zwischen Technik und Mechanik war dann doch deutlich spürbarer und insofern lag es dann einfach an solchen Dingen. Und letztendlich, um den ganzen quasi im Moment noch eine Krönung zu geben, irgendwie musste die Crew ja wieder raus und da war halt diese verschlissene Schraube, die da im Weg war. Und letztendlich haben die mit einer Metallsäge ein Rohr aufgesägt, händisch, um die arme Crew entlassen zu können. Alter, also ich finde, dass irgendwie diese alte Technik, dieses wirklich noch sehr rudimentär Technische, eigentlich finde ich das beruhigender als heutzutage, weil heutzutage durch diese ganzen künstlichen Intelligenzen, die wir haben und keine Ahnung, System hier, Internetkopplung da, da ist halt auch viel mehr Raum für Fehler gegeben, denen nur Fachleute ausräumen können. Es war auch irgendwie wertiger gefühlt. Genau, aber das hier, wie gesagt, das würde mir kein gutes Gefühl machen, wenn ich da jetzt Crewmitglied wäre, würde ich mir vielleicht auch Gedanken über meine Lebensentscheidungen machen, die mich da hingebracht haben, jetzt hochzukommen. Ja, also ich meine, man hat die Crew immer noch breit und ziemlich amerikanisch grinsend gesehen, wie sie dann irgendwie Medienauftritte danach hatten oder dann auch hinterher, als es dann wirklich zum Start kam, sind sie noch wirklich lachend dann durchs Bild marschiert und man sieht da kaum eine schlechte Miene oder so. Das heißt also, der Puls war noch da, die hatten immer noch einen hohen Adrenalinspiegel, aber natürlich bei so vielen Verschiebungen hat, und das weiß man hinterher auch aus Insider-Geschichten, von der Crew nicht mehr jeder daran geglaubt, dass sie dann bei dem nächsten Versuch, der dann letztendlich der Fatale sein sollte, geglaubt. Logisch, ich meine, klar, die müssten das nach außen gut verkaufen, das war ein Prestigeobjekt, wie du schon gesagt hast, und denen ist wahrscheinlich auch klar, dass sie generell ihr Leben auf Spiel setzen für die Wissenschaft in dem Punkt, aber die werden schon erwartet haben, und das auch zu Recht, dass dann zumindest die Arbeit rundherum vernünftig gemacht wird. Auf allen Fälle, ja. Ich meine, es sind ja Selbstingenieure, das ist ja, also wirklich, die sprechen ja diese Sprache auch, das darf man nicht vergessen. Nicht nur, es gab auch immer wieder Ärzte und so, aber es hängt immer davon ab, welche wissenschaftlichen Aufgaben die gerade im All hatten. Ich habe dir jedenfalls mal hier so ein Patch, also das Logo dieses Fluges zugeschickt. Es ist also so, als kleine Randnotiz, so, dass jeder Flug so ein eigenes Logo hatte, auf dem dann auch der Name oder die Namen der Astronauten standen. Wie ich finde, ist das designtechnisch richtig cool, also ich finde das super ansprechend, und vor allem auch, ja, aus künstlerischer Sicht, was so diese Kollektion der Patches betrifft, einfach irgendwie hübsch anzusehen. Das ist, aber ich habe auch ein Faible für gute CD-Cover oder DVD-Cover und so, ne. Und das ist aber sehr cool. Ich fand es halt immer, das muss halt so ein richtiger Ritterschlag sein, wenn man da seinen Namen drauf sieht, also für einen Astronauten. Das ist ähnlich, wie wenn du, keine Ahnung, einen Fußballpokal hast, und dann steht da halt irgendwie das Jahr drauf, an dem du Weltmeister brudest, ne. Das ist dann eingraviert für ewig quasi. Ja, also ich finde es auch sehr, sehr cool, ja, definitiv. Die Mission startete dann endlich am 28. Januar 1986. Ich habe eben schon was dazu gesagt, dass die Besatzung nicht mehr so richtig daran geglaubt hat. Und vielleicht kann man an dieser Stelle noch ein bisschen was zur Challenger sagen, um so ein bisschen noch ein Gefühl für diese Raumfähre zu bekommen. Sie wurde neun Jahre lang hergestellt, und man kann sich ja vorstellen, dass unzählige Kilometer Kabel in ihr verbaut waren. Jeder Sensor existierte mehrfach, und sie hatte ein Gewicht von insgesamt 113 Tonnen. Die Challenger, ja, sie beschleunigte auf 85 Footballfelder pro Sekunde und hatte einen Antrieb, der in 20 Sekunden einen Swimmingpool entleeren konnte. Dieser Antrieb erfolgte durch die sogenannten Feststoffraketen, oder auch Rocket Boosters genannt. Sie lieferten einen Hauptteil des Schubs, um die Challenger von der Rampe abzuheben. Ich meine, man kann sich ja vorstellen, so ein Koloss von 113 Tonnen, der braucht richtig Power, damit er auch ins Weltall jagen kann. Und hier sind wir schon bei einem Punkt angelangt. Wir kennen ja diesen Countdown, Entschuldigung, Countdown, 10, 9, 8, 7, 6 und so weiter. Sobald einmal der rote Knopf sozusagen gedrückt wurde und dieser Countdown lief, gab es kein Zurück mehr. Also wirklich, sobald die Feststoffraketen gezündet wurden, sind sie nicht mehr zu stoppen. Und das war ein Grund, warum die Sowjetunion niemals Feststoffraketen verwendete. Sie hielten diese für zu gefährlich. Das ist ja auch schon, wie soll ich sagen, ungut. Genau, aber letztendlich ist es halt auch eine technische Herangehensweise, für die sich eben das Team von, oder um, Werner von Braun entschieden hatte. Also irgendwie auch gerechtfertigt. Also vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit der Stromerzeugung heutzutage. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich halt technisch nicht aus, aber offensichtlich gibt es halt auch andere Wege. Jetzt muss man zu diesem 10. Flug sagen, also zu dem besagten Tag, als dann die Challenger endlich startete. Wie gesagt, es war dann der schlussendlich 28. Januar. Die Nacht vom 27. Januar auf den 28. Januar 1986 war extrem kalt. Und die NASA entschied sich dann, auf der Startrampe Wasserventile aufzuschrauben, was ich nicht ganz verstanden habe, wie so sie das gemacht haben, weil das Ende vom Lied das war, dass alles eingefroren war. Also sie wollten natürlich nicht, dass die Rohre einfrieren. Deswegen ließen sie das Wasser ablaufen. Aber letztendlich kann man sich vorstellen, dass die gesamte Raumfähre eingefroren war. Es waren dicke Eisschichten auf ihr. Und auch teilweise, ich glaube, 10 bis 15 Zentimeter Eiszapfen, die an der Challenger herunterhängen. Und das also wirklich von oben bis unten. Und insofern waren dann die Teams damit beschäftigt, dieses Eis zu lösen den ganzen Tag. Es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis die Crew wirklich starten konnte. So richtig dran geglaubt hatte keiner mehr, weil, wie gesagt, einmal waren es schon sehr starke Windverhältnisse, die dazu geführt haben, dass sie nicht starten konnte. Hier war es also Eis und eine super, super, super kalte, eine kalte Temperatur, sodass es eigentlich keiner mehr wirklich gedacht hat. Aber nichtsdestotrotz ist die Challenger dann gestartet gegen 16.38 Uhr. Dieser Flug sollte aber, wie wir es eben vorhin schon besprochen haben, nicht sehr lange dauern. Und zwar leider nur 73 Sekunden. Um 16.39 Uhr nach einer zurückgelegten Strecke von 28,8 Kilometern explodierte die Challenger. Dazu gibt es, wie wir eben schon gesagt haben, einiges an Videomaterial. Und ja, das kann man sich ansehen, die Familienangehörigen, viele Zuschauer waren natürlich dort versammelt. Es war ein riesiges Highlight. Die Medien waren dort, um zu berichten. Es war ein strahlend blauer Himmel. Es war ein wunderschöner Tag, allerdings eisig kalt. Man kennt das Wetter. Es sind eigentlich wirklich wunderbare Tage, wenn man sich so richtig dick anziehen muss, aber es gleichzeitig so schön kalt ist. Wir haben das alle schon erlebt und genauso war es an diesem Tag auch. Es heißt in einer Quelle, dass nach der Explosion, dass die Crew, oder dass es diese Explosion erst mal überlebt hat und dass die Cockpit-Kapsel, in der sich die Crew befunden hat, dann quasi so ein bisschen weggesprengt wurde. Und diese wurde nämlich später im Meer gefunden. Es ist also davon auszugehen, dass der Pilot Michael Smith noch versucht hatte, die Kapsel irgendwie zu lenken. Und dann sind sie aber ins Meer gestürzt. Was jetzt die genauen Todesumstände waren, ist mir persönlich nicht weiter bekannt. Man kann sich vorstellen, dass das irgendwie durch den Aufschlag auf die Meeresoberfläche passiert ist oder ich weiß es nicht, vielleicht waren da auch schon einige tot. Aber ich finde es halt besonders grausam zu wissen oder zu bedenken, dass sie das einfach nochmal aktiv miterlebt haben. Das muss ja der Mega-Horror sein. Ja, das ist, wie gesagt, ich kenne die Bilder und ich hatte mir schon gedacht, dass da vermutlich auch Familienmitglieder dann irgendwie anwesend gewesen sein werden, um diesen Moment mitzuerleben. Und ja, stelle ich mir auch extrem furchtbar vor. Aber auch extrem furchtbar tatsächlich der Gedanke, dass die Crew offensichtlich diese Explosion überlebt hat. Vielleicht sogar den Rückfall zur Erde und dann da irgendwie grausam in dieser Kapsel, weiß ich nicht, verbrannt, erstickt, ertrunken, was auch immer. Also das ist... Ja, und immer noch in der verzweifelten Hoffnung, dass die heilige NASA irgendwas regeln kann und dass es irgendwie gut geht. Wir werden später noch zu dieser Mentalität zurückkommen, die das gesamte Raumfahrtprogramm begleitet hat. Und ich finde es halt auch schlimm, man sieht halt die Aufnahmen der Familienangehörigen, die das sehen und sich fragen erst mal, was ist das? Was passiert denn da gerade? Man sieht so diese Luftströme, die sich entzweien. Es sieht ein bisschen aus wie ein Y hinterher. Und im ersten Moment haben sie auch die Hoffnung. Sie befürchten natürlich, dass irgendwas nicht stimmt, aber wissen es auch nicht, weil das halt einmalig ist, so was zu sehen. Und irgendwann kommt eine Lautsprecherdurchsage, dass das Space Shuttle explodiert ist. Und dann, spätestens dann, kommt halt die Klarheit. Und ja, man kann sich natürlich die Reaktion ungefähr vorstellen der Leute. Ja, kann man, definitiv, ja. Wir springen jetzt ins Jahr 2003. 17 Jahre später. Jetzt geht es um die Columbia. Wir haben ja eben erfahren, dass die Columbia das erste Space Shuttle war, dieses Raumfahrtprogramms. Und 2003 war auch der Kalte Krieg längst vorbei. Und dennoch kam es zu einem weiteren Unglück. Ich möchte dir zunächst einmal das Bild der Besatzung schicken. Das ist dir vielleicht auch bekannt. Hier sehen wir die sieben Astronauten. Ich nenne die Namen noch einmal. Kalpana Chawla, Ilan Ramon, Rick Huspind, William McCool, Michael P. Anderson, David Brown und Laurel Clark. Pilot war William McCool, Kommandant Rick Huspind für Rick Huspind. William McCool, denkt man ja auch, das ist ein Name, der eigentlich erfunden ist. Ja, mega. Ja, ich feiere den Namen auch extrem. Nun gut. Interessanterweise habe ich das Bild gar nicht vor Augen gehabt. Also es ist ja 2003, hast du gesagt. Also sollte einem irgendwie geläufiger sein. Zumal ich ja dieses 80er Bild tatsächlich kannte. Aber das hier sagt mir so überhaupt nichts. Also ich habe es am Rande damals mitbekommen. Aber mich hat das ganze Themenfeld gar nicht gejuckt. Das war so, dass man, ich glaube, diese Space Shuttle Flüge, die waren ein fester Bestandteil der 90er, also unserer Jugend. Punkt, die gab es halt so, wie es auch Orca-Shows gab in Las Vegas. Und die gab es ja irgendwann auch nicht mehr aus gewissen Gründen. Und deswegen, das waren so, oder hier, sag mal, wie heißen die noch mit den Löwen? Siegfried und Reun. Das waren so alles, das waren so sehr entfernte Ereignisse, von denen man wusste, dass es die gibt. Und ja, hat man halt so hingenommen. Dann wurde zwischendurch davon halt berichtet. Ja, genau. Aber halt auch von den verschiedenen Nationen. Also ich kann mich auch erinnern, Russland hat zu der Zeit auch immer wieder dann noch Raketen gestartet aus Baikonur. Und die EU hat dann quasi auch so ein europäisches Raumfahrtprojekt gehabt. Also man hat das am Rande mitbekommen, ja, wie du schon sagst. Aber ich habe ja eingangs erwähnt, dass es ein Feld ist, was mich auch nie großartig interessiert hat. Es ist super spannend. Mich hat es auch nicht so interessiert. Aber halt durch diese Beschäftigung mit dem Fall oder mit den Fällen finde ich es schon durchaus echt interessant. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Personen, die hier auch zu sehen sind. Jeder, jedes Besatzungsmitglied spiegelt im Prinzip natürlich auch eine eigene Lebensgeschichte wieder und ist und war Inspiration für andere Menschen. Allem voran möchte ich hier mal Kalpana Chorla und Ilan Ramon nennen. Kalpana Chorla, eine Ingenieurin aus Indien, die, wie ich in verschiedenen Interviews auch gesehen habe, durchaus auch ein großes Idol war für Frauen aus Indien, weil sie es einfach im Prinzip den Erfolg verkörpert hat, es zu schaffen aus einem Land, wo die Frau nicht so große Aufstiegschancen partout hat, wie es vielleicht heutzutage in Deutschland ist. Und sie hat es eben geschafft an die Spitze. Es ist die Königsdisziplin, die sie letztendlich erreicht hat. Und das nur durch ihren Ehrgeiz, durch ihre Leistung und durch ihr Fachwissen. Und sie hat es geschafft, Astronautin zu werden in den Vereinigten Staaten. Und insofern ist sie ein großes Vorbild gewesen für viele, viele Frauen. Und ebenso Ilan Ramon, der als erster israelischer Astronaut hier mitgeflogen ist. Sicherlich haben die anderen Besatzungsmitglieder auch eine interessante Geschichte. Aber diese beiden sind mir jetzt irgendwie besonders hängen geblieben. Oder ich bin einfach bei denen, wie soll man sagen, ich habe mich mit denen vielleicht näher beschäftigt. Aber ich möchte es einfach nochmal betonen, dass es durchaus auch so ist, wie in den 80er Jahren, dass diese Personalien hier nochmal eine besondere Bedeutung haben. Wobei natürlich man da kurz zur Einordnung auch erwähnen muss, dass diese Vorbildfunktion da in der indischen Gesellschaft, dass eine Frau da auch alles erreichen kann, natürlich auch letzten Endes Makulatur ist, weil in Indien ja soziale Beweglichkeit auch eine Illusion ist. Das hängt ja viel mit diesem Kastensystem ab. Und wenn du in einer schlechten Kaste geboren bist, hast du de facto keinerlei Chancen aufzusteigen, egal was du tust. Insofern, ja, ist das natürlich ein netter Marketing-Effekt für vielleicht privilegiertere Menschen in Indien, aber hat mit der Realität eigentlich nicht viel zu tun. Ja, zumindest nicht für alle. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass jeder oder jede Frau aus einer höheren Kaste auch so weit kommen kann. Es ist so ähnlich, wie nicht jeder, nochmal der Vergleich zum Fußball, begnadete Fußballer irgendwie dann auch Champions-League-Torschützenkönig werden kann. Also, ja, das wollte ich ja mal sagen. Okay, die Columbia, habe ich eben schon gesagt, war das erste weltraumtaugliche und wiederverwendbare Space Shuttle der NASA. Sie wurde im Jahr 1979 fertiggestellt und galt als Old Lady. Sie war nicht ausgestattet mit einem Undock-System für Raumstationen. Und insofern wurden mit der Columbia auch immer nur wissenschaftliche Missionen gestartet oder Wartungsarbeiten am Hubble-Weltraumteleskop. Und so waren auch für diesen Flug insgesamt 80 Experimente geplant. Es ist so, dass die Columbia 16 Tage lang unterwegs sein sollte und es gab zahlreiche Experimente, die auch aus Europa kamen, auch aus Deutschland. Allein zehn Experimente kamen von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Und die Crew der Columbia arbeitete rund um die Uhr. Dazu wurde sie in zwei Gruppen geteilt. Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass die einen schliefen, als die anderen arbeiteten und sich dann abends die Hand gereicht haben zum Schichtwechsel. Was für Versuche wurden unternommen? Es wurde zum Beispiel das Verhalten von Gasen und Flammen in der Schwerelosigkeit untersucht, wie sich zum Beispiel die Hitze und Flamme einer Kerze ohne Gravitation ausbreitet. Aber, und hier sind wir bei den Tieren, auch viele Tiere waren on board. Es gab Ameisen, Spinnen und Ratten, sowie ein neun Liter fassendes Aquarium mit Fischen und Wasserschnecken. Was hat man hier untersucht? Ein Beispiel, um es mal zu verdeutlichen. Man hat eine Kugelspinne mit dabei gehabt und man wollte das Webverhalten der Kugelspinne in der Schwerelosigkeit untersuchen. Also das zum Thema Kugelspinnen, Tierversuchen. Also das gab es auch vor 20 Jahren noch. Und ja gut, jetzt muss man natürlich auch, jetzt wird es auch schon wieder ethisch, wenn man jetzt irgendwie debattieren würde, ob das Leben einer Kugelspinne weniger wichtig ist als von einer Hündin. Aber es ist im Prinzip das gleiche Phänomen. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie, es ist so eine Doppelmoral, die man da schnell bei sich selber feststellt. Ich merke da schon, dass ich da für mich persönlich einen Unterschied mache zwischen einer Hündin und einer Kugelspinne. Aber gut, du hast vollkommen recht. Rein ethisch müsste man auch das verurteilen. Ich muss mal kurz meinen Teebeutel raus loswerden. Moment. Und die Stimme ein bisschen ölen. Ich bin es gar nicht gewohnt, so viel zu reden hier. Das ist gar nicht so einfach. Nein, das ist wirklich nicht so leicht. Von daher noch einmal Hut ab an dich, weil du das immer so mit Favour meisterst. Danke, danke. Die Columbia startete am 16. Januar 2003. Nachdem ihr Start aufgrund von Verzögerungen im Space Shuttle Programm, wir haben vorhin was zu den Verzögerungen gehört, sowie technischen Problemen und weiteren Änderungen, seit dem Jahr 2002 insgesamt 13 Mal verschoben wurde. Also die Besatzung hatte auf jeden Fall auch eine hohe Ausdauer gehabt. Ja, wie ich eben gesagt habe schon, es scheint da wirklich sehr, sehr viel von nicht vorhersehbaren und nicht beeinflussbaren Faktoren abzuhängen, ob so eine Mission stattfinden kann oder nicht. Ja, es ist ein bisschen wie mit der Deutschen Bahn zu fahren. Der Anschlusszug ist dann einfach weg oder es verspätet sich alles. Ja, egal. Okay, also die Columbia hatte ein Gewicht von 2000 Tonnen und ein Großteil dieses Gewichts war Treibstoff, der sich in dem orangenen Tank unter dem Shuttle befand. Das Shuttle flog in eine Umlaufbahn in Höhe von 300 Kilometern über der Erde und mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde. Und ja, diese 16-Tage-Mission verliefen auch gut, positiv. Das hat alles wunderbar geklappt, sodass die Columbia dann am 1. Februar 2003 auch zurückkehren konnte. Die NASA leitete planungsgemäß die Rückkehr der Columbia zur Erde ein. Allerdings zerbrach die Columbia beim Wiedereintritt in die Atmosphäre und dabei kamen alle sieben Besatzungsmitglieder ums Leben. Wir haben also wieder eine Explosion gehabt, diesmal nicht beim Start, sondern bei dem Wiedereintritt. Ja, Fabian, und jetzt mal die Frage an dich. Was glaubst du denn, wie es zu diesen Tragödien gekommen ist? Wer war der Mörder? Ja, also da wir ja, hier weiß ich nicht, von solchen prestigeträchtigen Objekten sprechen, wie so eine Space-Mission und uns natürlich auch klar ist, dass da unglaublich viel Kohle eine Rolle spielt, dürfte es wohl irgendwelche wirtschaftlichen Gründe geben, vielleicht irgendwelche Bedenken beiseite zu wischen, was die Sicherheit angeht, weil man sich einen Ausfall nicht leisten konnte. Und da kommen dann natürlich irgendwelche Zuliefererfirmen in Frage, die vielleicht Teile liefern, die nicht erprobt sind oder möglicherweise auch die NASA selber, obwohl die natürlich ein Interesse daran haben sollten, ihre Leute zu schützen. Aber du hast eben in einem Nebensatz so ein bisschen durchblicken lassen, dass die NASA vielleicht nicht so geil ist, was die Arbeitssicherheit angeht. Und deswegen würde ich mich jetzt mal auf die fokussieren. Also ich sage mal so, ich habe durch eine Folge mit Cati mal gelernt, dass es bei True Crime um wahre Verbrechen geht und es nicht unbedingt immer mit einem Mord zu tun haben muss. Und Verbrechen haben ja viele Gesichter. Hier geht es um Todesfälle. Man kann sie vielleicht nicht als vorsätzliche Morde betrachten, aber es sind trotzdem Verbrechen, meiner Meinung nach. Und warum das so ist, dazu kommen wir später. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass du hier schon sehr gut geantwortet hast und das eigentlich schon aus der richtigen Perspektive betrachtest. Denn darum in der Art wird es gehen. Ich bin gespannt. Kommen wir also zu den Hintergründen der Challenger-Katastrophe zunächst. Es gab immer wieder Vorfälle. Und ich rede jetzt nicht nur von irgendwelchen Lukenproblemen oder irgendwelchen Windproblemen. Es ist so, dass es immer wieder technische Probleme bei diesen Space Shuttle-Flügen gab. Und viele kehrte die NASA unter den Tisch. Wie gesagt, es war ja irgendwie auch so ein gesellschaftliches Wettrennen und politisches Wettrennen. Aber vieles wollte sie dann auch nicht zugeben. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Beim Jungfernflug der Discovery im Jahr 1984 kam es zum Beispiel zu einem Brand an der Startrampe. und zum Glück konnte dieser Flug abgebrochen werden. Aber das war natürlich etwas, was die NASA nicht verheimlichen konnte. Das war ja offensichtlich zu sehen. Nichtsdestotrotz hier mal ein Beispiel, damit du so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst oder ihr auch da draußen, was da so teilweise los war. Oder um es in den Worten des NASA Space Shuttle-Programmmanagers außer Dienst Arnold Aldrich zu sagen, es gab immer etwas, das zwischen den Flügen korrigiert werden musste. Das gehörte einfach dazu. Verstehe. Also diese Probleme mit der Luke oder mit dem Wind waren jetzt natürlich einmalig bei der Challenger-Mission. Aber es gab ein Problem, das im Prinzip seit Jahren bestand. Und hier geht es um die Feststoffraketen, die Rocket Boosters. Ich habe eben mal erwähnt, dass die NASA so verschiedene Standorte hatte. Es gab zum Beispiel die NASA-Hauptzentrale in Washington DC. Es gab eben diese Abschluss-Startrampen der NASA am Kennedy Space Center in Florida. Es gab aber auch das Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama und das Johnson Space Center in Houston. Und diese verschiedenen Standorte hatten verschiedene Zuständigkeiten. Die Feststoffraketen wiederum waren einer der größten Kostenfaktoren bei der ganzen Sache. Und jetzt hat die NASA diese nicht selbst hergestellt, sondern aufgrund von gewissen Budget-Zusammenhängen das Ganze herausgegeben an einen Dienstleister, an eine Firma namens Modern Thiacle. Das vielleicht schon mal als Randnotiz, wir werden zu dieser Firma später nochmal kommen. Die Feststoffraketen erzeugen einen Schub von über 23.000 Kilo Newton und nach zwei Minuten werden sie vom externen Tank getrennt. Sie fallen dann ins Wasser, werden geborgen und anschließend überholt und wieder in den Betrieb genommen. Es gibt da auch verschiedene Aufnahmen von, da kann man sich das mal ansehen. Also die Rakete startet, fliegt zwei Minuten lang und dann lösen sich eben diese riesigen Rocket Boosters und fallen ins Meer. Genau, das kennt man tatsächlich, dass diese Schubsysteme dann einfach seitlich wegfallen. Genau, ich finde immer so aus Sicht der Nachhaltigkeit bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich denke natürlich auf der einen Seite toll, dass man die wiederverwenden konnte, auf der anderen Seite war es natürlich eine riesen Umweltverschmutzung und wer weiß wie viel Tierleben einfach die auch gekostet haben, weil wenn so Riesendinger aus Kilometern Höhe ins Meer krachen, dann ist es natürlich komplett ungesteuert. Ja klar, naja. Also die Umweltverschmutzung lässt grüßen. Jetzt erkannten die Ingenieure von Morton Thiekel, wie gesagt, das ist die Firma, die diese Feststoffraketen hergestellt hat, die haben die auch getestet. Es gibt da auch interessante Aufnahmen, wie die das gemacht haben. Da liegen die so waagerecht in der Wüste und dann werden die einmal abgefeuert, sind aber fest gespannt. Also die fliegen dann nicht irgendwie zehn Zentimeter über dem Boden einmal quer durch die Wüste. Die mussten ja irgendwie die Power auch testen, bevor es dann wirklich in den Himmel ging. Und im Zuge dieser Wiederaufbereitung haben diese Ingenieure von Morton Thiekel eben festgestellt, dass die sogenannten O-Ringe an der Stelle, wo Gas aus einem Loch herausgekommen war, abgesenkt waren. Oder angesenkt waren. Was sind denn jetzt O-Ringe? Ich schicke dir dazu Bilder. Man kann sich das so vorstellen, dass die Booster, diese Feststoffraketen, die bestanden aus verschiedenen Rohrelementen, die miteinander verbunden wurden. Und an diesen Verbundstellen gab es richtig dicke Dichtringe. Die hatten eine kreisförmige Form. Deswegen nannten man sie O-Ringe, wie Ohren. Oder wie ein O. Sie sorgten im Prinzip dafür, dass es dicht sein konnte. Und dass eben diese besagte Hitze nicht ausdringen konnte. Also im Prinzip, entschuldige bitte, also im Prinzip ordinäre Dichtungen, wie man sie auch vom Wasserhahn oder von der Heizung kennt. Also Gummiringe, die einfach wirklich nur eine dichtende Funktion haben. Genau das Gleiche. Nur halt ziemlich groß. Sie waren 65 Millimeter dick und 12 Meter lang. Und die Techniker verfolgten so ein bisschen das Prinzip der Redundanz. Das bedeutet, es gab immer zwei O-Ringe, die quasi an einer Dichtung zuständig waren. Damit es immer noch einen Ersatz gibt, wenn ein O-Ring mal ausfallen sollte oder irgendwie einen Schaden erleiden sollte, abgesenkt sein, angesenkt sein sollte oder irgendwas dergleichen. Klar, das ist sinnvoll, ja. Genau. Und wenn die Dichtung verschleißt, würde eben eine heiße Flamme durch die O-Ringe durchbrennen, nach außen dringen und ein Leck verursachen. Das könnte dann zur Explosion der Rakete führen. Es ist also eine riesige Gefahrenquelle und dieses Problem trat auch weiter auf bei den verschiedenen Tests und auch Flügen. Wie gesagt, die Rocket Boosters wurden ja immer wieder wiederverwertet, neu aufbereitet. Seitens Morton-Thycle gab es dann eine Arbeitsgruppe, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt hat. Und sie schickten dann auch eine Warnung aus. Sie haben gesagt, die Sicherheit wird durch ein mögliches Versagen der Dichtung beeinträchtigt. Und das steht fest, dass das Versagen während des Starts die Fähre zerstören würde. Okay, also man hat quasi mit offenen Karten gespielt der NASA gegenüber und hat die tatsächlich informiert. Man hat die tatsächlich informiert, genau. Die NASA wusste Bescheid, dass es diese technische Anomalie gab. Das war ja tatsächlich eins der Szenarien, die ich für möglich gehalten habe, dass eventuell eine Zuliefererfirma da, um den Auftrag zu behalten, einfach mal gelogen hat, also auch der NASA gegenüber. Aber die haben tatsächlich mit offenen Karten gespielt. Also wenn man sich die Netflix-Doku ansieht und das alles für wahre Münzen nimmt, was dort gesagt wird von den Interviewten, dann kann man wirklich sagen, dass das noch die positiven Spieler auf dem Platz waren. Die haben darauf hingewiesen und ich habe ja eben schon erwähnt, dass es verschiedene Startprobleme bei der Challenger gab. Und letztendlich der Starttermin am 28. Januar 1986 wahrgenommen wurde, obwohl es diese extrem niedrigen Temperaturen gab. Es ist so, dass es immer solche Flight-Reviews gibt, also wo dann quasi alle Techniker nochmal zusammenkommen und darüber debattieren, ob man wirklich abheben kann. Also alle geben ihre Freigaben und es wird quasi auf Management-Ebene entschieden, dass ein Start wirklich stattfindet. Also sowas wie eine Flugtauglichkeit. Ja genau, genau. Und auch im Falle dieser Challenger, des Challenger-Fluges war es so, dass die NASA eine extra Telefonkonferenz einberufen hatte, eben aufgrund dieser Witterungszustände. Und an dieser Telefonkonferenz nahmen leitende Ingenieure Teil von der NASA, aber vor allem auch eben von Morton Cycle. Und diese Ingenieure von Morton Cycle haben sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Also die NASA fragte, also ein Startmanager der NASA fragte eben, was deren Einschätzung sei. Und sie sagten ganz klar, dass diese niedrigen Temperaturen zu verheerenden Dichtungsproblemen führen könnten. Und dass sie, genau, sie haben quasi keine Freigabe erteilt. Es ist ja auch logisch, dass das Gummi bei Kälte porös und spröde wird und dann gerade, wenn es dann auch noch irgendwelche Temperaturwechsel gibt, weil du hast ja auch gesagt, man musste das Ganze auch nochmal irgendwie erwärmen, um dann den Start überhaupt erst möglich zu machen. Also vollkommen logisch, dass da irgendwie diese Dichtung in ihrer Funktion eingeschränkt werden könnte. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz waren die Dienstleister, die Auftragnehmer, also die Firma Morton Cycle, waren die kleinsten am Tisch. Und den Berichten zufolge wurde seitens der NASA-Manager, die letztendlich die Entscheidungen trugen oder viel eher die Projektverantwortung hatten, ich denke, so ist es wohl die beste Bezeichnung, die haben einen extrem hohen Druck ausgeübt. Es gibt so Erzählungen, dass es so laxe Bemerkungen gab, wie, ja, was stellen Sie sich vor, soll ich jetzt bis Frühling warten, bis ich starten kann oder was? Oder einer sagte, ich bin empört, dass die Firma Morton Cycle sich hier rausnimmt, uns von einem Start abzuraten. Die haben also... Geil, das ist deren Aufgabe, weil die ja die Expertise haben, ihre Produkte vernünftig einschätzen zu können. Und die Ingenieure von Morton Cycle haben sich dann zurückgezogen, wollten nochmal debattieren und schlussendlich hatten sie hier ein Problem. Sie mussten bis dato immer entscheiden, dass ihre technischen Produkte sicher waren. Hier in diesem Fall war es aber so, dass sie beweisen mussten, dass eine Gefahr bestand. Und das konnten sie anhand ihrer Ergebnisse nicht, anhand ihrer Zahlen, Messwerte. Weil sie dafür, weil sie natürlich immer empirische Daten gesammelt haben, die genau das Gegenteil belegen sollten. Ja, und vor allem auch, weil sie halt einfach in die andere Richtung immer analysiert haben und gemessen haben. Und das ist halt das Problem. Das heißt also, da sie es nicht beweisen konnten, dass die Gefahr bestand, haben sie sich schlussendlich dann doch dafür entschiedene Freigabe zu erteilen. Die Nase war ja nicht blöd. Da hat sich das Ganze nochmal schriftlich geben lassen, sodass dann ein leitender Ingenieur von Morton Cycle das schlussendlich dann doch auch unterschrieben hat. Das heißt, letzten Endes kann man kurz festhalten, dass diese Flugsicherheitsprüfung, die da stattgefunden hat, dass die nicht irgendwie in irgendeiner Weise ergebnisoffen war, sondern dass die NASA da einfach die Agenda durchbringen wollte zu starten, egal was für Bedenken im Raum stehen. So ist es. Und warum ist es so? Ich habe ja eben schon immer mal auch erwähnt oder in Nebensätzen haben wir es thematisiert, dass die einfach einen sehr hohen Flugplan hatten. Und dieses Shuttle-Programm hatte einen gewissen, sagen wir mal, politischen Auftrag, wenn man so möchte. Es ist so, dass es sich finanziell selbst tragen sollte. Und so hat es dann die NASA auch zu dieser Zeit dem Kongress verkauft, als die Gelder dafür bewilligt wurden. Es sollten dann insgesamt zwei Flüge pro Monat stattfinden. Das Problem war, im Jahr 1985 gab es nur insgesamt neun Missionen. Ja, wir haben ja auch gelernt, durch dich jetzt und durch deine Informationen, wie wenig planbar diese Flüge offensichtlich sind und wie viele Faktoren da stimmen müssen, um so einen Flug durchzuführen. Und wie oft teilweise Missionen verschoben werden müssen. Und dann scheinen mir auch zwei Flüge pro Monat sehr ambitioniert. Ja, zumal es halt auch nur diese Infrastruktur gab, nur in Anführungsstrichen. Es gab ja nicht noch zwei, drei andere Startrampen oder doppelt so viele Mitarbeiter, die daran arbeiteten. Also das heißt, man kann wirklich sagen, dass hier so ein bisschen das Ingenieurwesen gegen die Betriebswirtschaft kämpften. Und letztendlich gewinnt meistens das Geld. Und so war es halt auch hier. Trotz dieser Vielzahl der technischen Probleme musste die NASA irgendwie auch diesen Plan einhalten und sie stand dann somit zunehmend unter Druck. Und dieser Druck wird natürlich nach unten hin weitergeleitet. Und dann sitzt da halt, in Anführungsstrichen, ein Manager der NASA in einem Gespräch mit einem Auftragnehmer und übt diesen Druck weiterhin aus. Und das ist das, was hier passiert ist. Das ist vielleicht nur so als Hintergrundthema. Wir werden dazu später nochmal zu sprechen kommen. Zum Fall selbst habe ich eben schon was gesagt. Also es war ein wunderschöner Tag. Es gab dann diese Explosion und die NASA reagierte dann auch direkt damit, dass am Kennedy Space Center die Pforten geschlossen wurden und die Techniker sich auf die Suche nach Gründen begaben. Alle Daten wurden gesammelt, schriftlich dokumentiert und festgehalten. Und wie man sich vorstellen kann, bei so einem Ereignis durften keine Informationen an die Presse geraten. Gleichzeitig gab es natürlich einen riesigen Druck der Öffentlichkeit, weil jeder wissen wollte, was schiefgelaufen war. Die NASA verhielt sich aber weiterhin verschwiegen und gab in Pressekonferenzen nur sehr allgemeine Antworten. Dieses O-Ring-Problem versuchten sie einfach gänzlich zu verheimlichen. Teilweise gab es auch Falschaussagen, dass sie sagten, nein, es ist niemals in irgendwelchen Tests oder in anderen Flügen dazu gekommen, dass die O-Ringe angesenkt wurden. Und schon gar nicht auch der zweite O-Ring zur Absicherung. Das klingt alles recht unseriös seitens der NASA. Absolut. Und weil sich damit niemand so richtig zufrieden geben konnte, wurde dann eine Kommission, einen Untersuchungsausschuss einberufen. Die sogenannte Rogers Commission, die sich dem Ganzen dann einfach annehmen sollte, um die Untersuchung anzustellen. Zu dieser Rogers Commission gehörten insgesamt 14 Mitglieder. Das waren teilweise hochrangige Politiker, aber auch Astronauten wie Neil Armstrong, renommierte Wissenschaftler wie zum Beispiel der Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman, Vertreter aus der Wirtschaft zum Beispiel von Boeing, aber auch Ingenieure und, wie eben schon gesagt, auch Vertreter von Universitäten. Und da gibt es eine berühmte Pressekonferenz, in der der eigentlich der entscheidende NASA-Projektmanager so ein bisschen an den Pranger gestellt wird. Da geht es um diese Thematik der O-Ringe. Und das, was du eben erwähnt hast mit der Elastizität der Dichtung, hat hier Richard Feynman nochmal anhand eines ganz einfachen Beispiels einfach vor Augen geführt und insofern dem Herrn quasi nochmal deutlich gemacht, dass er mit so einer faulen Ausrede nicht um die Ecke kommen kann und dass es eindeutig an diesem Problem liegen musste. Er hat nämlich dann einfach O-Ringe oder Gummidichtungen in sehr eiskaltes Wasser gelegt und hat dann gezeigt mit diesem sehr einfachen physikalischen Experiment, dass diese Elastizität eben bei einer Extremkälte verloren geht. Und das kann eben zu Rissen führen. Da muss man jetzt nun wirklich auch kein Nobelpreisträger für sein, um sowas zu wissen. Muss man nicht. Muss man nicht. Es heißt aber auch, dass es, weil es eben so ein einfaches Test, so ein einfaches physikalisches Experiment ist, hätte man dem Ganzen wenig Glauben geschenkt, wenn es jetzt irgendjemand, lass uns sagen, irgendein Ingenieur vorgestellt hätte, irgendein Ingenieur mit einem niedrigen Rang oder sowas. Ja, dann hätte wahrscheinlich die NASA gesagt, ja, was wollen Sie mir denn jetzt hier erzählen? Wir haben die Experten. Aber dadurch, dass es einen Nobelpreisträger der Physik gemacht hat, in seiner, sagen wir mal, sehr gekonnten Rhetorik natürlich auch, war es dann einfach, ja, war es dann einfach, wie soll man sagen, unantastbar in der Aussage. Ja klar, also seine Reputation und sein Know-how und Wissen haben da sicherlich einiges zu beigetragen, ja, dass das irgendwie glaubwürdiger und eindrücklicher dann rüberkommt. Und dazu gibt es auch ein interessantes Video bei YouTube, kann man sich auf jeden Fall auch ansehen. Die Rogers Commission hat dann einen Abschlussbericht geschrieben, in dem stand dann eben auch, dass die O-Ringe der Grund für die Explosion der Challenger waren. Und auf Basis dieser Erkenntnis verfasste dann die Commission verschiedene Handlungsempfehlungen, die von der NASA eingehalten werden sollten. In den Fokus der Untersuchungen gerieten dann vor allem auch die Sicherheitsstrukturen der NASA. Die Kommission sprach die Empfehlung aus, jede Sicherheitsmenge zu beheben. Ein großes Problem war seitens der NASA, dass es keine unabhängige Sicherheitsaufsicht der NASA gab, die auch unabhängig finanziert wurde. Das heißt also, das Thema Sicherheit war immer so ein bisschen nachgelagertes Thema, was den einzelnen Standorten unterstellt war. Es gab aber keine übergeordnete Organisationseinheit, die letztendlich eine gewisse Autorität hatte. Also mit anderen Worten, die NASA hat ihre eigene Sicherheit selbst überwacht und diese Sicherheitsüberwachung war aber auch den gleichen wirtschaftlichen Zwängen unterworfen wie die Projekte an sich. Es gab keine, innerhalb der NASA Organisationsstruktur gab es keine Einheit, die nur für das Thema Sicherheit zuständig war bis dato. Das Thema Sicherheit war immer in den jeweiligen Projekten beziehungsweise an den verschiedenen Projektstandorten angesiedelt. Das bedeutet, dass dieses Space Shuttle Programm für sich einfach so eine eigene, ja das Thema Sicherheit so beiläufig mitgespielt hat, wenn du so möchtest. So wie wir es jetzt gerade bei diesem, ja unfassbar, wie wir es jetzt gerade erfahren haben, aber es gab jetzt keine übergeordnete Kontrollinstanz, die einfach ein Veto einlegen konnte und sagen konnte, hey Abbruch, das geht so nicht. Das ist so unprofessionell, das ist absolut Wahnsinn. Aber genau, nee, alles gut. Ich mache mal weiter. Letztendlich war dann eine Empfehlung dann der Commission, dass man sagte, okay, ihr müsst das jetzt zukünftig einführen, damit das Thema Sicherheit einfach losgelöst werden kann von den Shuttle Programm. Des Weiteren wurde angesprochen, dass die Kommunikationsprozesse angepasst werden sollten, damit eben alle Anomalien frühzeitig erkannt werden konnten, wie beispielsweise hier mit den O-Rings. Alle Probleme sollten auch fortan getrackt, aufgelistet und beseitigt werden. Das hat die NASA zum Beispiel auch gemacht. Sie schuf dazu ein eigenes Tracking-System. Also Tracking-System heißt im Prinzip, dass halt alles dokumentiert wird und nachhaltig dann auch archiviert wird, sodass man halt immer wieder sich auf diese Messdaten zurückgreifen kann, um halt diese dann zu bearbeiten und halt die technischen Elemente dann dementsprechend zu verbessern. Verstehe, ja. Weiterhin wurde gesagt, dass die Regeln der Flight Readiness Review verändert werden sollten und auch das hat die NASA gemacht. Das heißt also, an diesen Freigabeterminen vor den Starts durften jetzt auch Ingenieure unterer Level teilnehmen und auch Astronauten wurden in Management-Prozesse einbezogen. Vollkommen sinnvoll. Ich meine, das sind ja die Leute, die da letzten Endes ihr Leben riskieren. Die sollten da auch ein Mitspracherecht haben. Ja, also wie man sieht, einige Punkte, ich habe jetzt gerade mit diesen Handlungsempfehlungen angefangen und bin so ein bisschen übergegangen in die Veränderungen und wie man sieht, einige Punkte dieses Berichts der Rogers Commission wurden dann wirklich auch, wurden von der NASA auch umgesetzt. Aber leider ein zentraler Punkt nicht und zwar diese Sache mit der Sicherheitsabteilung. Es ist schon so, dass das Zentralbüro für Sicherheitsfragen geschaffen wurde. Allerdings hatte diese keine direkte Autorität. In den NASA-Zentren selbst wurden oder gab es nämlich dann eigene Sicherheitsbüros, die sich in einer finanziellen Abhängigkeit der Shuffle-Programme befanden. Also mit anderen Worten, ja, das hat sich gegenseitig ausgeschlossen. Es gab zwar diese übergeordnete Kontrolleinheit, aber die war letztendlich abhängig von den Aussagen der untergeordneten Sicherheitsbüros, die sich wiederum in finanzieller Abhängigkeit der jeweiligen Programme befanden. Ja, das ist genau die richtige Struktur, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Definitiv. Herzlichen Glückwunsch. Zudem ist ein gewisser Strukturwandel feststellbar. Es gab sogenannte Space Flight Operations Contracts. Das sind also die Vertragsprozesse zwischen der NASA und den verschiedenen Auftragnehmern. Da hat sich in den 90ern, also dann gar nicht so lange nach diesem Unfall der Challenger, auch was getan. Die NASA war zunehmend bemüht, ihre Prozesse zu modernisieren und zu rationalisieren. Das hatte zur Folge, dass die Auftragnehmer von nun an die kompletten Dienstleistungen übernahmen, wie jetzt beispielsweise eine Dienstleistung könnte jetzt eben so eine Herstellung eines Rocket Boosters sein, inklusive der Produktion, der Sicherheit und des Kostenmanagements. Jetzt kann man sich vorstellen, dass sowas natürlich die Schnittstellenarbeit zwischen der NASA und diesen Auftragnehmern vereinfacht. Aber das Thema Sicherheit, das wird natürlich unter den Teppich gekehrt, weil wir jetzt natürlich auf einmal drei Player im Thema Sicherheit haben. Wir haben die Subunternehmer, die ein eigenes Sicherheitsbüro haben. Wir haben die Sicherheitsbüros der jeweiligen Zentren. Und dann haben wir erst das übergeordnete Sicherheitsbüro. Also stille Post-Prinzip. Ja, total sinnvoll, wie gesagt. Ich sitze hier auch nur und frage mich, wie man solche Strukturen etablieren kann. Das ist ja eigentlich vorprogrammiert, dass das nicht funktionieren kann. Es ist schon so, dass die NASA natürlich nach diesem ersten Unfall 1986 regelmäßig auch kontrolliert wurde und dass halt gecheckt wurde, ob diese Empfehlung der Rogers Commission auch irgendwie umgesetzt wurde. Und so gab es zum Beispiel 1999 eine Untersuchung einer unabhängigen Untersuchungseinheit. Und die haben da schon bemängelt, dass die NASA sich zu einer abgespeckten und von Auftragnehmern abhängigen Organisation entwickelt hat. Und weiterhin haben sie auch kulturelle Schwachstellen diagnostiziert. Wir haben vorhin über die Mentalität gesprochen und werden darüber gleich noch was erfahren. Aber das Thema Unternehmenskultur spielt definitiv auch eine relevante Rolle bei der Aufklärung der Fälle. Und die NASA hat im Prinzip das stetig wachsende Risiko immer durch frühere Erfolge gerechtfertigt. Wir werden gleich noch ein Beispiel dazu erfahren, wo es um den Columbia-Fall nochmal speziell gehen wird. Man hat sich darauf ausgeruht, dass Dinge gut gelaufen sind, um es schon mal grob vorweg zu nehmen. Ja, das ist auch eine gängige Strategie. Auch hier wurde einfach nochmal in diesem Bericht von 1999 kritisiert, dass das Risiko Management quasi immer der Kostenreduzierung gegenüber stand und dass das Thema Sicherheit und Risiko dann immer beiläufig behandelt wurde. Zudem waren die Kommunikationsprozesse mit den Subunternehmern auf jeden Fall ausbaufähig. Im Jahr 2002, ein Jahr vor der Columbia-Katastrophe, wurden wiederum von einem neuen Untersuchungsteam fünf Mängel festgehalten. Also ich finde das nochmal sehr bemerkenswert, dass das ein Jahr vor der neuen Katastrophe passiert ist und dass die alte Katastrophe im Prinzip schon 16 Jahre zurück lag. Was waren die fünf Punkte? Ich möchte sie nochmal ganz kurz nennen, damit das allen klar ist. Also zum einen gab es veraltete Flug- und Bodenhardware und Software. Alle Sicherheitsupgrades und Reparaturen wurden häufig aufgeschoben. Die Budgetkürzungen, die stattgefunden haben, hatten einen enormen Einfluss, das ist der zweite Punkt, auf die Personal- und Ausstattungsressourcen und obwohl der Kalte Krieg vorbei war, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, gab es einen enormen Druck. Dieser enorme Druck ist durch den erhöhten Flugplan entstanden, der für die Aufgaben der NASA in der Internationalen Raumstation ISS notwendig war. Das heißt also, es gab internationale politische Abkommen, Länder gehen Verpflichtungen ein, sind Bestandteil eines großen Projekts und müssen liefern. Und irgendwo entlang dieser, ich sag mal, Wertschöpfungskette ist dann die NASA platziert. Ziemlich prominent, die sind natürlich die größten Haie im Becken, aber man muss sich das so vorstellen, dass es gewisse Zusagen gab und die mussten eingehalten werden und das wurde dann immer weiter nach unten delegiert. Und irgendwo ganz unten gab es dann entsprechende NASA Flight Manager, die Entscheidungen getroffen haben. So, Punkt 4 sind die Kommunikationsstrukturen. Diese verhinderten nämlich die Anonymität der Arbeitnehmer bei der Meldung von Sicherheitslücken. Und Punkt 5 fehlende Unabhängigkeit, unabhängige Sicherheitsfunktionseinheit, das habe ich eben schon erwähnt. Da gab es niemanden, der im Falle von Anomalien die Handbremse ziehen konnte. Irgendwelche Fragen bisher, das war jetzt ein ganz schön langer Teil. Ne, ne, ne. Also ich habe ja zwischendurch dann mal dazwischen gekrätscht, wenn sich mir irgendwas nicht erschlossen hat oder ich eine Frage hatte. Aber das hat sich an sich jetzt alles logisch gefügt, ja. Also wie gesagt, ich fasse mal ganz grob zusammen. Es gab diesen schrecklichen Vorfall 1986 mit der Explosion der Challenger. Es gab einen Abschlussbericht, aus dem deutlich wurde, dass diese O-Rings der Grund waren. Es gab eine Abhängigkeit der NASA von Subunternehmen und es gab diese konkreten Handlungsempfehlungen, die die NASA einhalten sollte. Trotzdem, 17 Jahre später, gab es dann diesen tragischen Unfall mit der Columbia. Nun kommen wir zu diesem Vorfall. Es ist so, dass, wie gesagt, diese Mission wirklich super lief. Also am 1. Februar begann dann der Flight Manager seitens der NASA um 8.03 Uhr mit seiner Checkliste für die Rückkehr der Columbia. Und um 8.12 Uhr vormittags bereitete sich auch die Besatzung der Columbia auf ihren Wiedereintritt in die Erdatmosphäre vor. Und alles lief bis dahin erstmal ganz normal. Allerdings gegen 8.52 Uhr, also knapp 50 Minuten später, verzeichneten die Sensoren an der Vorderkante des linken Flügels einen hohen Temperaturanstieg. Fünf Minuten vor dem fatalen Höhepunkt dieser Katastrophe begann dann eigentlich eine Flut von Messwerten. Also es regnete Messwerte und Anomalien. Der letzte Funkspruch vom Commander Husband erfolgte um 8.59 Uhr. Roger, oh oh, waren die Worte. Nur eine Sekunde später war der Kontakt zu Columbia komplett abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Shuttle in einer Höhe von ungefähr 61.000 Metern. Und flog mit einer Geschwindigkeit von 22.000 Kilometern pro Stunde. Etwa eine Minute nach dem Signalverlust zeichneten Apache Hubschrauber die Spuren mehrerer brennender Trümmerteile über Texas auf. Ich würde dir dazu mal eben noch ein Bild schicken. Sekunde. Ja, das ist gut. Da siehst du diese Aufzeichnung der Apache Hubschrauber und die Reste der Columbia. Äh, scheiße. Also, ja, wie Sternschnuppen fast auf dieser Nachtaufnahme hervorgehoben, diese brennenden Frackteile, ne? Das ist, ne? Ja, das könnte alles sein. Das sieht so ein bisschen aus wie so sprühende Funken am lodernden Lagerfeuer oder sowas, ne? Voll. Wie du schon sagst, wenn man es so anguckt, könnte es alles sein, aber es ist halt super gruselig, wenn man dann weiß, was es ist. Ich finde es halt auch, auch da gibt es Aufnahmen. Es gibt also auch Videoaufnahmen von dieser Bodencrew in diesen berühmt-berüchtigten NASA-Zentren. Wir kennen alle diese Bilder von irgendwelchen IT-Ingenieur-Nerds mit einem Militärhaarschnitt, die irgendwie in irgendwelchen Computer vor irgendwelchen Bildschirmen hängen und dann sich irgendwas durchfunken. Und dazu gibt es Aufnahmen. Das Ganze wurde auch transkribiert, weil es ja teilweise auch schwierig zu verstehen ist, was die da alles von sich geben. Und es ist durchaus spannend und halt auch ultra traurig, wenn man weiß, was dann alsnächst passieren wird. Ja, kann man sich auch mal durchlesen oder ansehen, wer daran Interesse hat. Aus Fehlern lernt man oder wie auch immer. Es wurde dann direkt eine Untersuchungseinheit, ein Untersuchungsausschuss geschaffen, das sogenannte Columbia Accident Investigation Board, kurz CAIP. Und es folgte dann im Prinzip eine sieben Monate lange Untersuchungsarbeit. Es gab dieses CAIP-Team, bestand aus 13 Mitgliedern. Und sieben Monate später veröffentlichten sie einen 248-seitigen Abschlussbericht am 26.08.2003. Als Ergebnis hielten sie technische und organisatorische Gründe fest. Und ein gravierender Unterschied ist eigentlich der, dass bei der Challenger-Katastrophe war es so, dass vor diesem Abschlussbericht der Rogers Commission, aber irgendwie auch noch danach, standen immer so einzelne Personen im Vordergrund. Es war so der böse NASA-Projektmanager, der das entschieden hat. Der böse Typ hat jetzt den Druck ausgeübt auf die armen Leute von Morton Teichel und das entschieden. Und dieser Bericht der Columbia Accident Investigation Board, der geht quasi über diesen persönlichen Punkt hinaus und beobachtet die Organisation der NASA. Ich habe ja ganz zu Beginn dieser Folge gesagt, dass es heute sehr spannend und auch politisch wird und aber auch irgendwie wissenschaftlich. Und an der Stelle sind wir fast angekommen. Es ist so, dass der Grund für die Explosion der Columbia, wie man sich schon fast vorstellen kann, irgendwie auch mit Hitze zu tun haben könnte. Wir haben ja mitbekommen, dass das Wärmeschutzsystem des linken Flügels irgendwie beschädigt wurde. Das Ganze wurde ausgelöst durch eine fliegende Schaumstoffplatte, die nach 81,7 Sekunden Flugzeit, also nach dem Start, sich von der Verkleidung des Haupttreibstofftanks gelöst hatte und auf die linke Flügelseite geprallt ist. Ich finde es gruselig, dass man das so genau benennen kann. Deswegen, weil es ja von Videoaufnahmen gibt. Ich komme dazu später. Ah, ja, ja. Dabei riss diese Schaumstoffplatte ein Loch in die Kohlenstofffaser-verstärkte Kohlenstofffüllung am linken Flügel. Was ich hier extrem tragisch finde, ist, dass nach 81 Sekunden Flugzeit eigentlich schon klar war, was passieren wird. Und trotzdem waren die 16 Tage lang im Weltall. Ja, das ist in der Tat krass. Also die Mission, du hast ja eben noch gesagt, die Mission lief an sich erfolgreich. Die haben da oben durchgezogen, was sie machen sollten. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, war eigentlich nach 81 Sekunden schon klar, dass es keine intakte Rückkehr mehr geben wird. Es hätte eventuell vereitelt werden können, aber dazu später. Nach zwei Flugtagen löste sich an dieser Stelle ein Stück aus der Verkleidung des linken Flügels. Und ja, diese Beschädigung blieb unerkannt, da sie vom Cockpit der Columbia, wir erinnern uns, es war die Old Lady, aus nicht gesehen werden konnte. Und das veraltete Computersystem, wir waren bei den Mängeln Nummer 1, hatte was mit Hardware und Software zu tun. Das veraltete Computersystem im Cockpit verfügte über kein Sensorsystem, welches eine derartige Beschädigung hätte messen können. Das heißt also, es konnte weder gesehen noch gemessen werden. Das ist extrem, mir fehlen die Worte tatsächlich. Wir reden hier einfach von verdammten Raketen, die ins Weltall fliegen und die haben irgendwie so 60er Jahre Computersysteme drin oder 70er. 1979, habe ich glaube ich gesagt, war die Columbia fertig. Ja, es ist... 2003 ist sie geflogen. Ja, man stellt sich das einfach so hypermodern vor. Aber ich habe, da klingelt auch irgendwas bei mir, ich habe auch glaube ich schon mal irgendwie so eine Doku über die Nase an sich gesehen und da wurde auch schon mal drüber gesprochen, dass da vieles halt noch sehr veraltet ist. Ja, was dann passiert, während des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre gelang sehr, sehr heiße Luft durch das Loch im linken Flügel, sodass die Dämmung zunehmend beeinträchtigt wurde und die dahinterliegende Aluminiumstruktur schließlich schmolz und es gab dann weitere aerodynamische Kräfte, die den oder einen Kontrollverlust verursachten und schlussendlich dazu führten, dass der linke Flügel dann auch ausgefallen ist und schließlich dann, dass die Columbia zerbrochen ist. Auch hier wieder ein Zitat eines Physikers G. Scott Hubbard, er ist ehemaliger NASA-Direktor. Der Shuttle ist ein äußerst komplexes System, weiter heißt es, es hebt ab wie eine Rakete, reist wie ein Raumschiff auf einer Umlaufbahn und landet wie ein Flugzeug. Also, wenn ich das so höre, denke ich mir immer nur, mein Gott, es gibt so unfassbar schlaue Menschen, die sowas in der Lage sind, sich auszudenken und ich ziehe den Hut davor, vor den, vor den Errungenschaften der Wissenschaft der Menschen, wenn man überlegt, dass wir mal früher in Höhlen gelebt haben, aber ja, also nochmal, das kann man sich vor Augen führen, das ist einfach ein krasses, krass ambitioniertes Projekt, ne, es hebt ab wie eine Rakete, reist wie ein Raumschiff und landet wie ein Flugzeug. Ja, also klar, wie gesagt, man kann da nur den Hut vorziehen vor der Entwicklung, die wir genommen haben, vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell die ging, also Industrialisierung ist jetzt ja auch noch nicht so lange her und das, was wir jetzt an Fortschritt erleben, hat sich halt im Prinzip alles so in den letzten 150 Jahren ergeben, ne, das ist unglaublich. Ja, ja, absolut. Und insofern ist der Start und die Landung, ähnlich wie beim Flugzeug eines Space Shuttles, ja, gehört, die gehören zu den gefährlichsten Momenten der Raumflüge. Die Astronauten erleben eine Beschleunigungslast des eineinhalb bis zweifachen des eigenen Körpergewichts und beim Eintritt in die Erdatmosphäre ist das Raumfluggerät von 3000 Grad heißem Plasma umgeben. Es gibt auch Aufnahmen aus dem Cockpit, also auch da YouTube-Aufnahmen, wer das sich ansehen möchte, kann das tun. Man sieht die Crew, die quasi bereit ist zu landen, also es wurde videografisch alles festgehalten, diese Daten wurden mit Satelliten oder irgendwie Funk übermittelt an die Erde, so dass man diese Aufnahmen sich ansehen kann und man sieht eben auch, wie die aus dem Fenster gucken und die sehen diese Plasma-Blitze. Das heißt also, sie durchbrechen gerade die Erdatmosphäre und sind umgeben von dieser heißen, ja, dieser heißen Materie und ja, ich glaube, die choken sogar ein bisschen darüber und ja, unterm Strich ist halt diese Hitze mit der Grund, warum sie dann später dann auch gestorben sind. Krass, also sie erkennen den Ernst der Situation gar nicht in dem Moment? Nein, sie haben sich darauf verlassen. Es kommt noch weiter. Die Ingenieur-Teams der NASA hatten diese Videoaufnahmen gesehen. Wie gesagt, aus Fehlern lernt man. Die Aufnahmen des Starts wurden hinterher gescreent und geguckt, ob es irgendwelche Anomalien gab. Der Schaden ist aufgefallen. Es gibt Aufnahmen, die zeigen und die waren der NASA von vornherein bekannt, wie diese Schaumstoffplatten runtergepurzelt sind. Aber auf Basis der ihnen zu diesem Zeitpunkt vorliegenden thermischen Analyse sahen die Ingenieur-Teams, die das beurteilen sollten, keine Gefahr für ein Durchbrennen. Wir sind so ein bisschen bei einem ähnlichen Verhalten angekommen wie mit den O-Rings. Es war ein wiederkehrender Vorfall. Sie schätzen diesen Vorfall als einen begrenzten Hitzeschaden ein, der quasi im Zuge routinemäßiger Wartungsarbeiten auch hätte behoben werden können. Denn solche Schäden kamen oft vor. Sehr beruhigend, sehr beruhigend, definitiv. Ja, allerdings, ich will mal gerade gucken, ich habe das nicht, doch, ich glaube, wir kommen später nochmal dazu. Ja, wir kommen später nochmal dazu. Es gibt einen konkreten Fall, wann das vorkam. So, trotzdem waren nicht alle Ingenieure irgendwie der Meinung, dass das so in Ordnung sei. Und diese, die dagegen waren, haben im Prinzip beantragt, dass die US Air Force mit einem Spionagesatelliten Bilder vom linken Flügel der Columbia schießen sollte. Also im Prinzip sozusagen, um zu gucken, ob denn jetzt das Schiff immer noch in Ordnung ist oder ob man da nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen sollte. Weiß ich nicht. Irgendeine Rettungsaktion. Die wäre sicherlich auch einmalig in der Geschichte der NASA gewesen. Aber zumindest hätte man das Problem vielleicht frühzeitig erkennen können. Also vor Landung und auch bei einem engen, getakteten Zeitfenster. Weil die Columbia war auch nur dafür ausgelegt, dass sie 16 Tage lang im Weltall bleiben konnte. Das muss man dazu noch sagen. Die konnte jetzt nicht irgendwie drei Monate am Stück da irgendwie um die Erdumlaufbahn fliegen oder so. Dafür war sie nicht ausgelegt. Sie war die Old Lady. Die NASA-Führung rief wegen dieses Schaumstoffaufpralls sogar auch fünf verschiedene Sitzungen ein. Doch alle Beteiligten kamen dann immer wieder zu dem Ergebnis, dass man nichts unternehmen müsse. Und besonders makaber, oder ja, was heißt makaber? Also tragisch ist eigentlich, dass die Crew wusste, was passiert ist. Also die NASA hatte nämlich der Crew diese Videoaufnahmen zugeschickt, damit die sich auf unangenehme Fragen der Medien vorbereiten konnten. Und der Kommandant Recastment hat sich diese Videonahmen auch mit der Crew angesehen. Und insofern waren alle Besatzungsmitglieder über diesen Schaumstoffplattenaufprall informiert. Angeblich ist es aber so, dass kein Crewmitglied beunruhigt war. Finde ich an der Stelle nochmal sehr interessant, weil nochmal, das sind ja auch alles Wissenschaftler und Ingenieure. Die wussten also zum einen davon, dass es diese Schaumstoffplattenaufschläge gab, vermutlich. Und sie haben so sehr auf die Technik vertraut, dass sie sich keine Sorge gemacht haben. Ja, es ist für mich absolut unverständlich, weil die ja wahrscheinlich auch die Storys von vorher kennen. Also, dass da vielleicht Dinge falsch gelaufen sind. Aber gut, wahrscheinlich muss man so blindes Vertrauen irgendwie an den Tag legen. Sonst würde man sich wahrscheinlich auf diese Mission an sich gar nicht einlassen. Ja, Fabian. Und jetzt nochmal eine Frage an dich. Wer ist schuld? Wer ist der Mörder? Die NASA an sich natürlich. Also, ich denke, im ersten Fall sind die Leute irgendwie Opfer des Kalten Krieges geworden tatsächlich. Dieses Wettrüstens der Supermächte und des Kampfes der Systeme, dem dann offensichtlich irgendwie alles untergeordnet wurde. Aber im zweiten, wo es ja nicht mehr darum ging, irgendwie so ein imaginäres Rennen um den Weltall zu gewinnen, sondern einfach nur Lieferketten einzuhalten und Experimente zu machen, hätte man die Leute dann schon deutlich besser schützen müssen, finde ich. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, eine Mission ist teuer. Man muss dann auch wahrscheinlich Starts durchziehen, wenn sie möglich sind, aufgrund eben der Tatsache, dass es so oft eben nicht funktioniert. Aber Menschenleben müssen immer über allem stehen. Und ja, die Schuld trägt auf jeden Fall die NASA und dieses extrem lasch durchgesetzte und auch total beschissen implementierte Sicherheitssystem. Ja, genau. Also, das sehe ich absolut genauso. Ich würde sogar noch einen Schritt darüber hinaus gehen gleich. Es ist also so, dass auch in diesem CAIP-Bericht nochmal nahegelegt wurde, dass die Gründe der frühen Geschichte des Programms im Prinzip auch sehr viel ausgelöst haben. Es ist so, dass die NASA von vornherein von Ressourcenknappheit geprägt war und einige Kompromisse getroffen werden müssen, um überhaupt Genehmigungen einzuhalten. Und die NASA kannte das im Prinzip nie anders, als dass es schwankende Prioritäten gab und Termindruck. Und was so sehr stark mit diesem Zeitgeist einhergeht, der noch aus dem Kalten Krieg kommt, ist eine gewisse Unternehmenskultur. Eine Unternehmenskultur, so heißt es auch in einer Literatur, die ich gelesen habe, die quasi auch Generationen überläuft. Also selbst wenn es irgendwelche Veränderungsmechanismen oder Prozesse gibt, die zum Wechsel von betrieblichen Prozessen führen sollen, um zum Beispiel das Thema Sicherheit stärker zu betonen, ist es halt so, dass diese Unternehmenskultur das Ganze überschattet. Und diese Unternehmenskultur war, so heißt es, von Übermut und Bürokratie geprägt. Es entstanden im Prinzip Praktiken, die der Sicherheit abträglich waren. Und auch dieser Punkt mit den professionellen Meinungsverschiedenheiten, also wenn jetzt irgendwie Ingenieure unterer Abteilungen oder anderer Abteilungen verschiedener Meinungen waren, dann wurden diese Diskussionen eigentlich im Keime erstickt. Trotz dessen, dass es halt Empfehlungen der Rogers Commission gab, die auch umgesetzt wurden. Wie soll man das sagen? Also es wurde weiterhin anders gelebt, als es geregelt werden sollte. Und das eben aus so kulturellen, also unternehmenskulturellen Beweggründen. Verstehe. Ja, ich habe eben noch gedacht, vielleicht hat die Politik auch ein Stück Mitschuld, weil man der NASA an sich keine stringenteren Auflagen gegeben hat, für die Sicherheit zu sorgen. Aber ich finde, auch wenn die NASA irgendwie diese Zwänge und auch diesen Mangel kennt und auch diese Unternehmensstruktur und Kultur sich da im Prinzip seit den Anfangstagen gebildet und etabliert hat, letzten Endes darf man nicht vergessen, dass diese Astronauten auch alle persönlich kannten. Das ist ja kein so riesiges Ding, dass man sich da nie über den Weg läuft. Und vor dem Hintergrund finde ich es halt einfach noch krasser, so fahrlässig zu sein. Auf alle Fälle. Aber nichtsdestotrotz ist es halt total schwierig, da einen Verantwortlichen zu suchen, weil das ist so, man spricht von der NASA, die alles falsch macht. Aber nein, man muss das gesamte System sozusagen kritisieren und kann so schlecht sich auf einzelne Persönlichkeiten oder Personalien ausruhen. Also es wird auch zur Meetingkultur gesagt, dass diese Meetings, die es dann gab, zum einen immer seltener wurden. Dann wurden die halt super eng getaktet und die waren halt auch geprägt von Autoritäten. Also das heißt, es gab so eine gewisse Grundstimmung des Schweigens und häufig wurden dann eben, wurde Mitarbeitern anderer Abteilungen oder niedrigere Ränge verboten, dann überhaupt bei gewissen Themen mit zu diskutieren. Und das Ganze halt begleitet von so einer gibt's nicht, gibt's nicht Mentalität. Das ist halt dieses yes we can, weißt du? Im Fall von NASA wird von einer faster, better, cheaper Kultur gesprochen. Wir sind hier ganz nah an dem Thema Kapitalismus, an dem Thema des ewigen Erfolgreichseins, an dem Thema des ewigen Wachsens. Und immer billiger und immer billiger und gleichzeitig werden Strukturen und Unternehmensstrukturen aufgelöst. Es gibt immer weniger Ingenieure on board, immer mehr wird externalisiert, also sprich an Unternehmen, Subunternehmen abgegeben und auch die Verantwortung dementsprechend übertragen. Das ist auf jeden Fall mal wirklich eine ganz, ganz andere Nummer, von der wir heute sprechen. Ja, ich möchte. Einmal als, entschuldige, einmal als Fall, aber einmal auch, weil, ja, weil da eben genau diese politischen Dimensionen einfach noch eine Rolle spielen. Und das macht es irgendwie krass spannend. Das ist ja auch sowieso ein Thema, was mich, was mich immer... Ja, du hast eben gesagt, du siehst so, also wenn man jemanden als Mörder dort bezeichnen sollte, würdest du jetzt sagen, die NASA. Klar, würde ich auch, aber ich sehe das echt noch größer. Aber gerade wenn du überlegst, dass der 2003er Fall auch quasi losgelöst vom Kalten Krieg entstanden ist, mittlerweile ging es ja um internationale politische Beziehungen und Abhängigkeiten, weißt du. Wie gesagt, die internationale Raumstation ISS war irgendwie so das große internationale Thema zu dem Zeitpunkt und die NASA war verpflichtet, sich daran zu beteiligen und gewisse Leistungen zu erbringen, die für den Fortbestand der ISS oder der Aktivitäten dann irgendwie notwendig waren. Und ich finde halt, wenn man sich das nochmal zu Gemüte führt, geht es eigentlich gar nicht, dass man nur den Fingerzeig auf die NASA richtet, sondern man sollte so das gesamte System, das internationale politische System da ins Visier nehmen. Und das ist meiner Meinung nach eine gewisse Form von, ich will nicht sagen Wirtschaftskriminalität, aber es ist doch, es ist ein Verbrechen an der Menschheit, dass solche Systeme existieren dürfen, zulasten einzelner Personen. Also man kann, glaube ich, nicht 2003 den kalten Krieg außen vor lassen, weil ich glaube, auch wenn es offiziell keinen mehr gab, haben sich Russland und die Vereinigten Staaten immer in so einer Konkurrenz, eben dieser Konkurrenz der Systeme befunden. Und das, was früher wirklich der kalte Krieg war, also kriegerische Auseinandersetzung, die gedroht hat, war dann eben so ein kalter Krieg auf Systemebene. Also ich glaube, dass diese Überlegungen auch 2003 eine Rolle gespielt haben und natürlich auch in dem Sinne, dass man da eben auch die beste Nation sein wollte. Amerika immer Vorreiter und höher, schneller, weiter und dann eben auch in diesem ISS-Projekt nicht das Gesicht verlieren wollte, indem man vielleicht einräumt, dass man manche Dinge nicht so umsetzen kann, wie man sie vertraglich fixiert hat. Absolut, ja. Also Amerika ist Nummer zwei, das würden die sich niemals, diese Degradierung würden sich niemals zugestehen. Exakt. Und deswegen, glaube ich, kann man auch 2003 nicht von diesem kalten Krieg-Gedanken loslösen. Und daher auch meine Aussage steht nach wie vor, dass ich, ja, das System an sich ist fragwürdig und reformierungsbedürftig, aber ich sehe, wie gesagt, trotzdem den Täter in Anführungsstrichen auf Seiten der NASA, weil eben da dieser persönliche Bezug zu den letztlichen Opfern herrschte. Für die Politik sind das irgendwelche anonymen Namen und Rechenspiele, aber für die NASA-Verantwortlichen sind das eben Menschen, mit denen man jeden Tag arbeitet. Ja, aber dazu muss ich auch sagen, das stimmt, aber es ist ganz einfach wie eine, jetzt will ich mal vom Fußball weg, wie irgendeine berühmte, fette NBA-Basketballmannschaft. Die kaufen sich die Topspieler, ist denen auch scheißegal, wie die heißen und wie die in zehn Jahren heißen. Weißt du, wie ich meine? Die holen sich die Leute, die sie gerade brauchen. Die gucken, okay, wer gibt jetzt, in dem Fall von der Columbia war es so, okay, wir brauchen jetzt noch vielleicht eine Zoologin mit an Bord, weil es jetzt irgendwie Anfragen aus Europa gibt für irgendwelche Tierversuche mit Kugelspinnen und so. Dann nehmen wir halt die Next Beste, die wir kriegen können. Das ist doch denen egal, wie die Person, welcher Mensch dahinter steckt. Schon klar, aber diese Trainings für solche Missionen dauern ja Monate teilweise. Da entwickelt sich auf jeden Fall irgendwie ein Gefühl für die Person. Also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, da ist dann nochmal mehr Schuld vorhanden für mich letzten Endes. Natürlich unterliegen die dann auch wieder irgendeiner Rechtfertigungspflicht der Politik gegenüber, so wie halt Morton Thiago der NASA gegenüber, sodass man da vielleicht eigene Punkte nicht so hundertprozentig durchbringen kann. Aber wenn da jemand auf die Bremse hätte treten können, dann durchaus die NASA. Ja, auf alle Fälle. Gleichzeitig möchte ich nochmal betonen, dass wenn es jetzt so eine internationale Raumstation gibt, dass natürlich auch die verbündeten Länder, die daran mitwirken, keine Ahnung, wer da als mit dabei ist, Deutschland wird da sicherlich auch ein Stakeholder sein, die vertrauen natürlich auch auf die Stärke der NASA, weißt du. Es ist schon so innerhalb so eines Vertrags klar, wer so die Big Player sind und der kriegt dann dementsprechend dann auch die größeren Aufgaben. Das darf man nicht vergessen. Also das ist schon so eine Vertragsbeziehung, wo auch alle Seiten irgendwie beteiligt sind. Das ist ganz klar, aber du kannst halt nur Verträge eingehen, die du letzten Endes auch leisten kannst. Das ist dann halt so ein bisschen die Lehre und die Quintessenz daraus. Du kannst keine Leistungen versprechen und vertraglich fixieren, die du einfach nicht erbringen kannst. Ja, stimmt. Ja, abschließend vielleicht noch, habe ich noch mitgebracht, wer Lust hat, sich da irgendwie wissenschaftlich mit zu beschäftigen oder auch mal so, sagen wir mal wirklich wissenschaftlich geschriebene Texte zu dem Thema sich anzulesen. Es gibt da eine systemische Untersuchung nach Diane Vaughn, sie ist Soziologin und im Prinzip hat sie auch diese beide Vorfälle betrachtet. Auch ihre Arbeiten waren für mich irgendwie Grundlage, dieser ganzen Nummer hier. Und letztendlich definiert sie drei Ebenen der Begründung für beide Vorfälle. Sie redet einmal von der Normalisierung von Abweichungen. Also das bedeutet im Prinzip, dass Anomalien irgendwann normal werden. Man duldet es eben, dann ist es halt normal, dass so ein O-Ring zerreißt. Auf der anderen Seite redet sie von der Culture of Production. Das ist das, dass das normalerweise oder das originär technische Milieu, in dem sich die Ingenieure befunden haben, immer mehr in so ein wirtschaftliches, getriebenes Produktionsumfeld wurde. Und das dritte ist halt diese strukturelle Geheimhaltung, die sie da nochmal an der Stelle kritisiert. Ich wollte ganz kurz noch zu dem, das wollte ich noch nachschießen, zu der Geschichte mit der Normalisierung von Abweichungen sagen. Es ist also so, dass der Schaumstoffplattenverlust bereits bei der Endeavor Mission, nee gar nicht, bei der Atlantis Mission 112 bereits erstmalig aufgetreten ist, beziehungsweise das Problem wurde dort dokumentiert. Und letztendlich ist es dann in dem Flight Readiness Prozess der nachfolgenden Mission, der Endeavor Mission 113, nicht mal mehr genannt worden. Also das Problem wurde zu einem Nicht-Problem gemacht und schlussendlich war es dann gar nicht mal der Rede wert, als es dann zum Flug der Columbia kam. Also das mal zur Verkettung dieser Vorfälle und inwieweit man sagen kann, dass halt Anomalien irgendwann zum Normalzustand wurden. Man war halt dauerhaft damit beschäftigt, irgendwelche technischen Dinge zu lösen und manche Sachen, die dann vorgefallen sind, wurden dann irgendwann so normalisiert. Weißt du, man hat dann es als normal abgetan, dass Schaumstoffplatten abfallen, aber nicht mehr gefragt, warum sie abfallen. Ja, das ist krass. Also kritische Fragen sind dann einfach nicht erlaubt, weil das einfach zu viel Zweifel weckt. Ja. Letzten Endes, ne? Genau. Ja, damit wäre ich am Ende meiner Vorstellung angelangt. Gibst du mir denn jetzt recht, dass es ein True Crime Fall ist oder siehst du das irgendwie außerhalb des Kanons? Ne, das ist auf jeden Fall True Crime. Es ist halt eine andere Art von True Crime und ich muss gestehen, dass ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen wäre, da einen Fall drüber zu machen oder eine Folgetour zu machen. Aber es ist auf jeden Fall passend und ich finde es auch, wie gesagt, sehr, sehr spannend, weil ich halt auch diese politischen Verstrickungen sehr, sehr spannend finde und weil es halt einfach auch ein Thema ist, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe normalerweise. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine gewisse Pionierleistung innerhalb der True Crime Podcast Welt hingelegt haben, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass andere schon mal über diesen Fall berichtet haben oder diese Fälle. Aber ich bin halt drüber gestolpert und für mich war das von vornherein irgendwie glasklar, dass das irgendwie hier reingehört. Aber natürlich sprengt das so ein bisschen den Rahmen unserer normalen Fälle und es ist jetzt natürlich auch eine sehr lange Folge geworden. Definitiv, definitiv. Aber wie gesagt, ich finde es geil. Einfach mal was Neues. Gefällt mir. Ja. Jo, jetzt erzähl du mal was. Ich muss mein Stimmchen ölen. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Wenn ich das jetzt für die Zuhörer kurz so, damit ihr so unsere Timeline versteht. Wir nehmen jetzt, es ist Freitagvormittag, wir nehmen auf und ich muss mich jetzt noch darauf vorbereiten, dass ich heute Abend Daniel und unserem Gast Steffi von Mord und Totschlag meinen Fall präsentiere. Und mein Gehirn ist jetzt ehrlich gesagt gerade relativ leer nach diesen vielen Informationen. Ich habe noch nichts gegessen heute und ich muss auch noch an meiner Vorbereitung arbeiten. Ich bin platt. Okay, aber du hattest trotzdem eine gute Unterhaltung, ja? Sehr. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde es spannend. Ich werde mir auf jeden Fall auch die Netflix-Doku reinziehen. Ja, macht das auf jeden Fall. Ja, und dann euch da draußen, falls ihr es bis hierhin geschafft haben solltet, gebt uns gerne mal Feedback zu dem, was wir hier so gesagt haben und diskutiert gerne fleißig mit in gewohnter Form. Wir freuen uns über alle Kommentare. Folgt uns gerne bei Instagram. Ihr habt die Möglichkeit, uns über Kofi zu unterstützen. Und ja, also ich freue mich auch persönlich natürlich über euer Feedback zu diesem Fall und zu meiner Performance. Ich glaube, hier und da war es vielleicht ein bisschen holprig, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt so am Ende des Recordings relativ zufrieden. Ich fand deine Performance sehr stark. Dankeschön. Also ich weiß ja noch vom ersten Mal aufnehmen, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und ich bin tatsächlich immer noch manchmal ein bisschen aufgeregt vorm Recorden. Also ich fand das, was du hervorragend gemacht hast. Also ich bin jetzt auf jeden Fall platt. Ich könnte jetzt irgendwie direkt schlafen. Ich werde jetzt erst was essen und verschlafen habe ich leider keine Zeit. So am besten. Ich finde auch, wir Menschen sollten eigentlich eine Siesta einführen, auch in Deutschland. Das wäre irgendwie alles viel besser. Voll. Ja, definitiv. Die Vier-Tage-Woche und dann am besten noch irgendwie so diese Arbeit nach Biorhythmus, das wäre. Aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. Nicht ein neues Abschweife-Fass eröffnen. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir zwei hören uns in wenigen Stunden schon wieder. Dann adios. Bis dann. Ciao. Ciao.